Einen wunderschönen guten Abend da draußen, morgen, mittags, wann auch immer ihr das hier hört, ihr seid beim Commander Kompass, bei dem Magic Podcast, in dem sich größtenteils, meistens zu 90%, ich hab's ausgerechnet, um Commander dreht. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern meine wunderschönen Kollegen Jochen und Freddy sind auch mit am Start. Schönen guten Abend, Jungs. Hallo. Hallo bei Folge 201, die ihr jetzt eventuell vor der 200. Folge sehen werdet. Das ist die Magie von Jubiläumsfolgen. Man weiß nie, wann sie auftauchen, wenn man wir ist. Und in eurer Stelle weiß man nie, wann sie hochgeladen werden. Ja, es kann sein, dass eventuell den Upload oder, aber die Audiodateien sind schon mal sicher, die Folge wird kommen. Hammer. Aber hey, auf so ein Fundament muss halt man so manches aufgebaut werden. Ganz genau. Und wir befinden uns gerade im Moment in einer der absolut spannendsten Wochen in ganz Magic. Und zwar direkt vor einem neuen Set Release. Auch wenn dieses Set eigentlich für Standard gedacht ist, wir sprechen über Foundations und auch Jumpstart, wir haben die beiden kombiniert, weil es ja irgendwie doch ein Set ist, auch wenn Wizards irgendwie komischerweise sind, zwei unterteilt. Ihr werdet heute unsere Spiel- oder Exil-Picks zu dem Jumpstart und eben Foundation-Sets hören, die, obwohl sie für Standard gedacht sind, relativ geile Karten für Commander drin haben. Ja. Alle Karten sind geil für Commander. Ja, das stimmt. Fast alle. Also, wisst ihr, ja, sie sind zwar für Standard gemacht, aber man muss halt jetzt ehrlich sagen, dieses Foundation, dieses Fundament, beziehungsweise worauf das hier aufbauen möchte eben, dass dieses Set für Standard ist, hat so ein bisschen eine komische Sache, weil ich sehe dieses Set und dann so, es sind, solche Sets wollen wir eigentlich häufiger haben, glaube ich. Also, nicht nur, dass es für Standard ist, aber ein originales Magic-Set, was halt einfach Magic als Flavor hat. Ja, das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen, ja, Dominarium United hatte das ja auch, das macht einfach Spaß. Es ist so, hey, hier ist Magic auf einer Magic-Welt, herzlich willkommen. Und nicht irgendwo im Hintergrund ist Doctor Who, auch wenn ich Doctor Who cool fand, aber, ja. Ja, man muss noch zu Foundations sagen, dass das jetzt eins der langlebigsten Sets aller Zeiten sein wird. Also, klar, wir reden hier über Commander, für uns ist das eh eigentlich wurscht. Aber wir können, also, wenn ihr jetzt unsere Pics bei Spielodexilis seht, dann könnt ihr bis 2029, könnt ihr die euch anschauen und habt also im Grunde jetzt richtig lang Zeit, um euch immer mal wieder zu vergewissern, wie falsch wir gelegen sind oder wie richtig wir lagen. Ja. Und wisst ihr, wollt ihr meinen absoluten Hot-Take zu dem Set hören? Ich bin richtig scheiße froh, dass es keine Precons gibt. Ich weiß nicht warum, ich kann euch das Gefühl nicht erklären, weil ich bin ja eigentlich ein sehr großer Precon-Fan, aber aus irgendeinem Grund bin ich verdammt froh darüber, dass es keine Precons gibt. Aber wisst ihr, was kein Hot-Take ist? Dass unser Sponsor, Ultimate Guard, mit die absolut sickesten, sexiesten Sleeves, Deckboxen, Battle-Mats und alles mögliche macht. Wir lieben sie, wir empfehlen sie auch außerhalb des Podcasts weiter, zumindest geht's mir oder so. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann benutzt ihr unseren Link in der Videobeschreibung, um eure neuen Packs an Sleeves zu bestellen, weil zumindest geht's mir so, ich bin immer, oh, ich baue ein neues Deck und es ist alles perfekt da und es ist so und dann bin ich so, ich hab keine Sleeves mehr und dann warte ich zwei Tage, bis meine Sleeves ankommen und erst dann kann ich das Deck spielen und das nervt mich. Deswegen bestellt einfach ein Pack voraus, wenn ihr es über unseren Link macht, freuen uns extra drüber. Ja. Außerdem noch was Kleines, Cooles, was man machen kann, was ich jetzt sagen würde, weswegen man vielleicht mehr Sleeves braucht. Ähm, bevor wir starten, dieses Set wird ja mit mehreren kleinen Unterthemen rauskommen und Marius, ich, äh, haben schon mal eine Folge darüber gemacht, die hier unten in der Beschreibung verlinkt wird oder hier im Bildschirm eingeblendet ist, die Verlinkung, wer da genau was dazu möchte, äh, was wissen möchte. Aber, äh, was auch noch interessant ist, ist, dass diese Jumpstart-Packs eigentlich ganz cool sind, ähm, einfach mal so zusammenzulassen, zu Sleeven und sich so eine Art Jumpstart-Cube zu bauen. Quasi, wo man dann einfach die Packs hat, nachdem man diese geöffnet hat und dann kann man die in der Zukunft wieder durchmischen. Das ist eigentlich was ganz cooles und da hat man dann so eine ewige Battlebox, die finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eine vollgeile Idee. Wir haben darüber geredet? Ja, das weiß sogar ich, aber ich war nicht dabei. Boah, Alter, mein Gehirn ist einfach ein Sieb. Ja, ich, da ist es umso schöner, wisst ihr, bei sowas, man freut sich immer wieder über die gleichen Sachen. Ja, aber, äh, ich glaub, dann fangen wir mal an, weil, wie gesagt, das ist das Magic-Set. Ist das Magic? Wir müssen noch erklären kurz, was Spiel oder Exil ist für jemanden, der plötzlich gesagt hat, zu Foundations, da fang ich an, bis 2029 spiel ich Magic, danach hör ich wieder auf. Aber jetzt, äh, ist dieser Commander-Kompass mein Kompass in das ganze Set rein. Ja, wir werden euch Karten vorstellen und, also wir haben uns fünf ausgesucht, jeder, und dann geben wir denen entweder ein Spiel, weil wir sie cool finden, oder ein Exil, weil wir sie nicht cool finden. Und ob wir sie cool finden, kann daran liegen, dass die Karte einfach saustark ist im Spiel. Es kann aber auch sein, dass wir das Artwork total abfeiern oder dass wir uns freuen, dass irgendein NPC, der irgendwann in einem Flavortext vorkam, plötzlich eine Legendary ist. Kann aber auch sein, dass wir eine Karte in Exil geben, weil wir irgendwie das, das Wording auf der Karte nicht gut finden, die Formatierung, oder weil wir sagen, nee, die ist viel zu stark, das ist doch wieder so ein Quatsch, der dann in jedem Deck zu finden ist und jeden einfach nur annervt. Also, es ist hochgradig subjektiv, was wir hier veranstalten, aber deswegen habt ihr auch die perfekte Chance, in den Kommentaren oder auf unserem Discord einfach selber zu sagen, was eure Pics sind. Denn eigentlich kann euch ja niemand an den Karren fahren und uns auch nicht, denn wir können immer sagen, na, so ist das halt. Das ist meine Meinung. Okay. Ja, Jochen, willst du dann nicht einfach auch mal anfangen? Gib mir so ein Beispiel. Ich fange mit was an, was mich sehr erfreut hat an Foundations. Foundations will ja ein Set sein, das Leuten tatsächlich ohne diese ständige Rotation Dinge bietet, die klassisch Magic sind, die einfach irgendwie stellvertretend für ganz viele Dinge stehen in Magic. Und dazu gehören halt auch Counterspells. Und Counterspells sind immer so ein bisschen ein Bummer für manche Leute. Ich finde die eigentlich, also, wenn man es nicht übertreibt, sind sie eigentlich ganz witzig. Und in Foundations ist als Reprint mein persönlicher Nummer 1 Lieblings-Counterspell drin. Der kam mit Streets of New Carpena raus und ist zwischenzeitlich gar nicht mehr mehr so billig gewesen, weil er cool ist. Nämlich ein Offer you can't refuse. Ein Instant, logischerweise, als Counterspell, kostet ein Blau und sagt, du darfst ein Non-Creature-Spell countern und der Besitzer des Spells, also der Controller, der erzeugt zwei Treasure-Tokens. Das sitzt an einem sehr süßen Spot, diese Karte, weil es halt ein Counterspell ist für ein Blau, was ultramächtig ist. Klar, du kannst nur Non-Creature-Spells casten, aber das ist, würde ich sagen, in 90% der Fälle wirklich absolut irrelevant, die Einschränkung. Und du hast noch den Pferdefuß, dass du dem Gegner zwei Treasure-Tokens gibst. Aber das ist halt, also, lieber gebe ich Freddy zwei Treasure-Tokens, als von seiner unaufhaltbaren Maschinerie niedergewalzt zu werden. Und dazu kommt halt auch noch, abseits dessen, dass es eine richtig gute Karte ist, die dann im Preis runtergeht hoffentlich und mehr Leute wieder spielen können. Der Name ist super cool, das Artwork ist cool und gibt keinen Punkt drei, die Karte ist einfach geil. Ich weiß, Freddy hat mir damals, als ich bei euch neu angefangen habe, so ein kleines Paket zusammengestellt. Und da war eben auch ein Offer-You-Can't-Refuse mit drin. Und ich habe den in einem, ich glaube, in meinem Mirko-Deck, was die Mir-Deck ist, auch mit Blau drin, was ich relativ häufig spiele. Ähm, und ich weiß, jedes Mal, wenn ich die Karte auf der Hand habe, dann, äh, dann freue ich mich. Weil sie einfach, ein blaues Mana ist, leicht nichts offen zu halten. Und wenn man dann so ein bisschen so das Gefühl hat, so, oh ja, jetzt hat demnächst, könnte irgendwas passieren, ein blaues Mana offen zu halten, um dann im Endeffekt vielleicht das Spiel zu retten. Äh, ich finde die Karte der Hammer. Ich will da gar nicht zu viel dazu sagen, weil sie ist einfach grundsolide. Ich finde sie so cool. Es ist auf jeden Fall ein sehr spielstarke Counter-Spell. Und ich habe den auch schon Decks gehabt. Ich habe den aktuell in meinem Artisan-Deck mit Tobias drin, äh, für die Liga von Mana Einzug. Und lustigerweise habe ich, habe ich einen erst vertauscht auf der CommandCon entführt, weil, äh, einer von den Leuten, mit denen wir gespielt haben, war, äh, Kind. Das, ähm, hat so ein Bingo mitgemacht und er musste irgendwie einen Gegner durch seines Fall einen Treasure geben. Und dann haben sie mal durchgeschaut. Und dann habe ich eventuell, äh, habe ich halt, äh, ihnen den, an Offer you can't refuse vertauscht, damit er dann dieses Bingo machen konnte, ey, was zu counteren und jemandem was zu schenken. Und, äh, das Bingo zu machen. Waren das die, mit denen wir zusammen unsere erste Runde gespielt haben? Ja, sehr cool. Das war das mit denen. Grüße an alle Leute, mit denen wir gespielt haben übrigens, by the way. Das war richtig nice. Äh, also das, deswegen habe ich den Offer you can't refuse, äh, deiner Lust bekommen. Und, ähm, ja, für mich ist das zwar jetzt kein Reprint, den ich brauche, weil, äh, also aus persönlichen Gründen, aber ich bin froh, dass mehr da von dem Umlauf kommen, weil das ja doch eine sehr unterschätzte Karte war. Und, ähm, ich hatte halt das Glück, dass ich damals irgendwie über die Boxingliga über, ich glaube, Jasmin erfahren habe, wie gut der ist. Und dann habe ich mir, glaube ich, mal irgendwann ein paar Playsets, also wirklich für einen Euro bestellt. Ja, nee, ich weiß noch, ich habe den von dir bekommen und dann war ich so, nee, anders. Wir hatten, wir hatten uns in der Folge darüber unterhalten, warum ich denn nicht den, äh, fahre anstatt einem anderen Spell. Also, habe ich gesagt, den habe ich nicht und dann wollte ich ihn bestellen und dann war er aber, like, bei vier Euro oder fünf Euro pro Ding. Ja. Und ich war so, nee, niemals. Und dann hast du ihn mir geschickt und seitdem ist er auch nicht wirklich runtergegangen oder zumindest, ich habe jetzt lange nicht mehr geschaut. Äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass es so ein Ding ist, was jetzt halt in meinen, äh, in meinen Boostern einfach drin sein kann. Ähm, weil, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich ihn ziehe, freue ich mich drüber und ich verwende ihn auch. Also, wenn ich ihn auf der Hand habe, dann benutze ich ihn auch, weil das Investment von einem blauen Mana so wenig ist, äh, dass ich auch aktiv nach, ähm, Openings dafür suche. Und das funktioniert eigentlich immer super. Das hat immer einen, immer einen, äh, Eingriffsaufsgeschehen und deswegen finde ich die so cool. Ja. Apropos, wenn von einer blauen Karte zur nächsten, glaube ich. Und zwar, äh, man kennt mich vielleicht als den Number One Entscheuer des Champion of the Wits. Jetzt haben sie eine legendäre Version daraus gemacht. Äh, äh, Kiora the Rising Tide. Zwei und blau für eine 3-2-Mehrfolk-Nobel-Lagendary-Creature. Die, wenn Kiora das Spielfeld betritt, dann ziehst du zwei Karten und discardest zwei Karten. Außerdem hat sie Threshold. Das heißt, wenn du sieben oder mehr Karten in den Friedhof hast, hat sie folgenden Effekt. Threshold, lustigerweise, ist kein Keyword. Deswegen ist es in Italics geschrieben. Das ist ein Reminder. Ähm, immer wenn Kiora angreift, wenn sieben oder mehr Karten in deinem Friedhof sind, dann darfst du einen Scion of the Deep, äh, Token machen, der ein legendärer 8-8-blauer-Octopus-Creature-Token ist. Also, in welches Deck geht der schon mal rein? Also, du hast dagegen gespielt. Oder du hast, äh, Adios. Ach, ich, ja, ja, Foxclaw, selbstverständlich. Ja, genau. Ich mach riesige Octopus-Token. Es ist alles, was das Deck will. Und ich glaube, Kiora ist, was viele andere Decks wollen, weil es ist immerhin ein Faithless-Looting auf einer Kreatur. Mhm. Immer noch. Als 3-2 ist sie gar nicht so ome. Und, äh, wenn sie in ihren 8-8-Token macht, das ist eine saugude Wing-Con im Late-Game. Vor allem, sie kann einmal angreifen und wenn sie für was tradet, dann hast du noch den 8-8-er übrig. Und du hast eh meistens Synergien. Sei es jetzt ein Azorius-Deck, das Draw-Synergien hat, ein, äh, ein schwarzes Deck mit Reanimator-Shynergien oder einfach Monoblau. Also, ich kann dir auch gut einen Helm von dem Deck sehen, ähm, als Commander. Weil, sie ist zwar relativ generisch in Anführungszeichen, ist aber so gut. Das ist wie, es ist schwer, den 5-Mana-Teferi, falls ihr den kennt, als was Schlechtes zu bezeichnen. Es ist eine Karte, die für mehr, also, ich sag mal so, das ist eine Karte, da wo nichts super exciting aussieht. Und, aber, jeder Line of Text lässt das Hirn von langzeitigen Magic-Spielern und etablierten Magic-Spielern aufleuchten. Von so, das kenn ich und das kenn ich und das mag ich und das mag ich. Und, äh, alles macht so eine stimmige Karte, die halt, äh, super schön ist und das mag ich an Kyoda. Mhm. Ich find die auch absolut cool. Also, zum einen, sie kostet 3 Mana, das werden wir noch öfter erleben. Das ist so der, der, das ist einfach der, die Nische, in der offenbar die meisten von diesen, ich nenne sie jetzt mal kleine Legendaries sind in Foundations. Das heißt, man kann sie auch, wenn man ein aggressives blaues Deck will, kann man sie auch immer öfter ausspielen. Und, das stimmt, dass sie generisch ist auf eine Weise, Freddy, aber es ist ein bisschen wie bei einem Offer, you can't refuse. Ich find bei einem, bei so einem Set wie Foundations, mit dem Anspruch, dass das hat, das ja auch ganz lang dann einfach da sein soll, find ich's schon okay, wenn der blaue Legendary einfach so blaue Sachen macht. Wie, ich füll meinen Friedhof auf, ich zieh Karten, ich erzeug einen Oktopus, was ultra blau ist. Deswegen, ähm, die hatte ich auch direkt ins Herz geschlossen, die ist einfach cool. Die kommt, glaub ich, wenn ich mein Octavia Living Thesis Deck wiederbelebe, vielleicht mach ich's mit Chiora als Commander und baue Octavia einfach so rein. Ja, also bei mir, ich, äh, bin ja grad so in meiner Monodeckbauphase und es stehen noch grün und blau aus. Und wo ich grün, glaub ich, einen guten Favoriten jetzt gefunden hab, bin ich blau immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber als du die rausgesucht hast und ich sie mir durchgelesen hab, weil ich hab, hab sie als erstes ein bisschen überschaut, weil ich mir gedacht hab, okay, ist schon ein bisschen basic. Auf der anderen Seite, das, was sie tut, ist eigentlich genau das, was ich in blau mag. Genau. Genau, und das ist im Endeffekt, glaub ich, ein relativ cooler Effekt. Und ich mag das auch, wie Jochen gerade gesagt hat, dass für drei Mana, drei Mana ist halt so ein, ich kann auf jeden Fall mein Commander ein zweites Mal casten, vielleicht sogar irgendwann nochmal ein drittes Mal. Oder vielleicht, wir bewegen uns im Blau, auch ein bisschen flickern, um den Effekt halt, äh, oder halt zu bouncen und dann halt wieder zu spielen, und dann, äh, Loot, ich sag mal, zwei Karten ziehen und zwei Karten discarten für drei Mana ist jetzt nicht der schlechteste Rate, die man sich vorstellen könnte. Ähm, ich find, ich find die einfach, äh, ich find die sehr cool. Ähm, mir gefällt das Artwork wahnsinnig gut, weil du hast dieses, du hast diese, äh, rosanen, äh, sie, äh, sie? Kiora ist wahrscheinlich eine Sie, oder? Ja. Ähm, diesen, diesen, es ist kein Dreizack, es ist ein Bizack, glaub ich, wo das heißt. Ähm, und das ist die, äh, von Tarsa. Ja. Ah, das ist der, die Göttin, gell? Genau. Die es vermutlich nicht mehr gibt, wir wissen's nicht genau, aber vermutlich ist sie weg. Uh, hier, der Lore, es ist kein Flayback-Text drauf, das heißt, dafür bekommt sie schon mal einen Abzug, äh, aber ich mag das total gerne, dass ihre Rüstung quasi in diesen, in diese rosanen Tentakel im Hintergrund eingehen, die quasi schon ein bisschen angeteast werden. Ähm, was ich cool finde, ist, dass der 8-8-Tentakel-Ding legendary ist, dass du's nicht absolut abusen kannst, weil das wär wieder so ein Ding, wo sie gesagt haben, ey, du stellst ein 8-8-Octopus-Token, dann wär ganz YouTube wieder, oh, und hier ist die Technik, wie du sie am meisten abusen kannst, XYZ und alle die Karten springen im Kreis nach oben. Ich find's, ich find's sehr cool, wie down-to-earth-blau sie ist. Und das gefällt mir an vielen von den, äh, von den Monocolor-Commandern in dem Set übrigens sehr gut, dass sie sehr cool ihre Farbe repräsentieren. Ja, vor allem, Kiora ist einfach die blauste Karte. Es ist ein Card-Filtering, die sich um Friedhof ein bisschen kümmert, das Flashback aufsetzt und, äh, gleichzeitig ein Mörfolk ist, der den riesen Oktopus mitbringt. Ja. 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 Das ist sehr cool. Alright, ihr habt beide mit was Positivem angefangen, deswegen geh ich direkt mal ins Negative. Äh, ihr kennt mich, ich bin immer der Negative bei uns in der Gruppe. Äh, ich fang nämlich mit meinem ersten, meiner ersten Exil-Karte an. Und zwar sprechen wir hierbei um Banner of Kinship. Das ist ein Artefakt für fünf beliebige Mana. Das sagt, dass, wenn dieses Artefakt reinkommt, äh, wählst du einen Kreaturentypen. Und für jeden, äh, jede Kreatur von dem genannten Kreaturentypen fügst du einen Fellowship-Counter auf dieses Artefakt. Und Kreaturentypen von dem gewählten Kreaturentyp, sagen wir, bleiben wir mal bei Mörfolk, ähm, sagen wir, ich hab sechs Mörfolks draußen, was jetzt nicht das Schlimmste in der Welt ist zu bekommen, äh, kommt der mit sechs Fellowship-Countern drauf. Und jede der Kreaturen, der Mörfolk-Kreaturen bekommt plus eins, plus eins für jeden Fellowship-Counter auf dem Banner of Kinship. In unserem Beispiel sechs. Ähm, das heißt, sie bekommen plus sechs, plus sechs. Ich, wir haben so ein bisschen so ein, gerade jetzt mit Bloom Burrow war natürlich sehr Kindred, äh, Tribal-mäßig heavy mit Squirrels und deine, äh, viel mit Hasen und sowas in die Richtung. Und da haben wir auch schon gut Sachen bekommen und davor auch Ixalan war auch sehr Tribal-mäßig, äh, aufgebaut. Da haben wir zum Beispiel, äh, Roaming Throne bekommen, der bis heute, glaub ich, um die 30, 40 Euro-Marke sich dreht, weil der einfach so gut ist, weil du ihn eigentlich in jedem Tribal-Deck haben möchtest. Und, genau, und das ist halt wieder eine dieser Karten, die halt dieses, es ist so ein No-Brain, jede Farbe, es ist egal, welche Farbe es ist, in klug, in jedem Tribal-Deck. Und es ist, es geht mir nicht auf die Nerven. Ich will nicht sagen, dass es eine schlechte Karte ist. Ich war, äh, am Samstag habe ich mit Jakob vom Marner-Entzug, äh, seinen Podcast aufgezogen über unsere jeweils fünf besten Karten aus den Sets. Und er hat die genannt und ich finde das okay, ich finde das schön, ich sehe auch, dass diese Karte stark sein kann. Es ist nur ein Trend, der mich nicht nervt, versteht mich nicht falsch, aber es ist etwas, wo ich sage, so dieses, es ist schon wieder sowas. Und das ist etwas so, so wie, sowas wie Damage-Dubbler oder sowas, das ist so, ja, oder, ey, Trigger-Effekt nochmal, ja, ist nichts Neues, hau ich rein, mach Dinge besser, Dankeschön. Deswegen bekommt das ein Exil von mir. Ja, muss man nicht wieder zu sagen, oder, Freddy? Nee, äh, also ich finde ein Roaming Throne eh overplayed wie Sau. Also muss ich ehrlich sagen, der ist in so vielen Steipel-Decks mittlerweile drin und dann denkt man sich so, das könnte auch einfach ein Lord sein. Und das wäre nicht viel unterschiedlicher, weil du hast, du spielst ein Roaming Throne und dann musst du mindestens zweimal was Wertvolles kopieren, dass er Break-Even hat. Und erst dann wird er wirklich gut und dann wird ein Elfen gespielt und in den Deck und in den Deck und so. Der ist im ganzen Spiel zweimal getriggert. Also das ist so eine Karte, die overplayed ist, finde ich wie Sau. Und dieses Banner sehe ich genauso, weil es könnte auch einfach ein Overrun sein. Es könnte auch einfach ein Lord sein. Deine Win-Percentage ist nicht massiv unterschiedlich davon, aber dein Geldbeutel wahrscheinlich schon. Und deswegen kriegt sie halt auch ein Exil von mir, weil es wird eine Karte sein, die wird wieder in jedes Teifel-Deck gehen, erst einmal, wenn die Leute, und dann spielen sie das ähnlich wie Cathars Crusade. Und dann haben sie das ähnliche Problem von, oh, du musst bereits ein Board haben oder dann eins aufbauen danach, nachdem du diese Karte gelegt hast. Was dann wieder heißt, du bist bereits am Gewinn. Das ist die Falle, die diese Karten mit sich bringen. Das ist, weswegen ich so gegen Cathars Crusade häufig bin, weil das ist eine Karte, die normalerweise von vielen Leuten und vor allem auch von vielen amerikanischen Content-Creatern als sehr mächtig anerkannt werden. Aber ich war da schon immer da. Also ich habe die noch nie so per Form gesehen, wie es gesagt wird. Und außerhalb von Infinites. Und dann ist es ja egal, was es wäre. Ja, ich sehe die Karte und denke mir nur so, wenn ihr eine Overwhelming Stampede, eine Moonshaker Cavalry oder sowas ins Deck baut, ob da nicht tatsächlich einfach eure Winrate hochgeht in euren Farben. Einen Mercadia's Downfall oder sowas. Jede Farbe hat eine Möglichkeit, so einen Effekt zu bekommen und ist der Effekt nicht einfach besser. Schwarz hat ein Problem. Die Karte kann nicht in schwarzen Decks sehen. Stimmt, das wäre möglich. Ich gebe dir auch ein Exil, weil, so wie du es gesagt hast, Freddy, das war ja schon mal in-game. Also, ja, man kann einfach, wenn man schon ein Board hat, ist man eh am Gewinnen. Ich finde, Tribal Decks sind über die Jahre, die kriegen immer geile Spielzeuge, aber eigentlich brauchen Tribal Decks die auch nicht. Weil Elfen Tribal zum Beispiel funktioniert schon immer absolut brutal. Das rasiert, wenn du nicht aufpasst, alles weg. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, ich will das noch und das noch und das noch. Und am Ende hast du halt irgendwie so einen Legolas mit 44 Bazookas auf dem Rücken. Aber, seien wir mal ehrlich, Legolas hätte ich auch vorher schon brutal kalt gemacht, ohne dass du ihm groß Schaden zufügen kannst. Und es ändert nichts an den Schwächen von Tribal Decks. Also, es schützt dich nicht vor Board-Vibes. Es hilft dir nicht, dein Board schneller aufzubauen, was ja wirklich Probleme sind bei der ganzen Sache. Und ja, da bin ich bei Freddy mit, dann packe ich mir lieber Tribal Savagery rein. Das ist so ein grüner Instant für X und Zwei und ein Grün. Kannst du dir auch was raussuchen und die Kreaturen von dem Typ haben dann Plus X Plus Null bis zum Ende des Zuges. Kann man auch offensiv und defensiv benutzen. Ist auch cool und es überrascht Leute wenigstens. Das Ding ist halt so, ja, okay. Er hat Banner of Kinship gespielt, cool. Nice. Nett. Weg damit. Deswegen auch Exil. Finde ich einfach langweilig tatsächlich. Langweilig und unnötig. Hallo Jakob. Hallo Jakob. Ich verstehe das, wenn man die einbaut. Wahrscheinlich wird Jakob uns, der wird damit jemanden und vermutlich auch uns mindestens einmal töten. Ja. Aber ich habe ja aus dem gleichen Grund ganz viele von diesen Sachen auch aus meinen Decks raus. Weil ich möchte lieber eine Karte drin haben, die ich vielleicht nur einmal benutzen kann. Aber dafür habe ich Flexibilität, weil sie auf Instant Speed ist. Und ich habe irgendwas genommen, was vielleicht nicht alle Leute sofort kennen und nicht in jedem Deck dem immer sofort vermuten würden. Und da macht es ja auch für mich mehr Spaß. Weil Banner of Kinship ist halt einfach, das ist wie ein Auto zu haben. Ein Auto zu haben ist in vielen Bereichen des Lebens irgendwie angenehm und bequem. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt nach der Podcast-Aufnahme hier auf meinem Balkon gehe und den Leuten das rausschreit, dass ich ein Auto habe, weil ich mich so drüber freue. Passiert nicht. Es kommt wahrscheinlich stark darauf an, was für ein Auto das ist. Ich meine da jetzt nur ein Auto zur Fortbewegung, nicht kein Ferrari. Selbst dann würde ich es nicht schreien, aber ja. Achso, ich hatte jetzt von Hot Wheels geredet oder sowas. Selbst da würde ich nicht rausgehen und den Leuten das sagen. Die haben ihre eigenen Hot Wheels. Ja, aber Jochen, dann mach doch gleich mal weiter, oder? Ja, ich bleib gleich mal bei was Tribaligem, was mir nicht gefallen hat. Guarded Air, also die behütete Erbin. Eine 1-1 Human Noble in Weiß kostet 5 und 1 Weiß, also sehr teuer schon mal. Und hat Lifelink. Okay, ist bei einer 1-1 jetzt nicht übertrieben geil. Vor allem zu dem Preis. Aber jetzt kommt der Grund, warum ich dir ein dickes, fettes Exil gebe. Die sagt, wenn sie auf Schlachtfeld kommt, erzeugst du 2, 3, 3 Ritterspielsteine. Es ist okay für den Preis, dass man sie immer wieder flickern kann. Dann kriegt man die ganze Zeit Ritter, blub und bla. Das ist ähnlich so wie gerade die Geschichte mit dem Auto. Ist absolut nicht spannend. Warum sind es 3, 3 Ritter? Das geht mir so dermaçt. Ich kann es nicht beschreiben, was in meinem Gehirn abgegangen ist, als ich das gesehen habe. Es nervt mich so brutal. Ritter sind 2, 2 Kreaturen, die entweder Vigilance haben oder halt nicht. Und meistens haben sie Vigilance, denn das ist eigentlich der richtige Ritter, hat Vigilance. 3, 3 Ritter sind wieder nur so eine scheiß Art von Token, die es viermal gibt irgendwo. Dann habe ich nie genug dafür. Also deswegen werde ich die auch nicht spielen, weil ich habe schon kein Problem damit, eigentlich verschiedene Tokens zu benutzen. Aber ich habe genug Ritter und diese 3, 3 Ritter werden nicht dazugehören. Das nervt mich einfach. Das ist so dieses, das quillt alles so auf, als ob man über Nacht einen Topf mit Wasser und Quinoa vergessen hätte und morgens rauskommt. Und überall sind plötzlich 2, 2 Ritter mit Vigilance, 2, 2 Ritter ohne Vigilance, 3, 3 Ritter. Und daraus, nein, das möchte ich nicht. Ich will, das ist eine nette Person bestimmt. Ich finde den Flavortext auch cool. aber verschwinde aus meinen Decks, du kommst da niemals rein, Exil. Ich muss auch einfach sagen, ich finde sie absolut uninteressant. Das kommt ja noch dazu, aber auf persönlicher Ebene hat sie mich einfach angegriffen. Verstehe ich. Das Problem habe ich nicht. Ich würde sie eher in Exil geben, weil ich sie einfach, ich meine, ich verstehe, es kann ein Flickerziel sein, aber selbst das, meine, dann mache ich halt mehr 3, 2, 3, 3 Night Creatures. Das ist jetzt nicht das Spannendste, was man tun kann mit seiner Runde. Ja, ähm, was, ich, ich habe halt die Karte gesehen und, äh, so ankommen und ich war so, nein, die, und als du das Scream hast, dann sage ich dir, Jochen, die Karte hat mal 3, 2, 2 Vigilance Nights gemacht. Das hat sie mal. Aber, ich möchte jetzt mal kurz auf ein altes Set verweisen, für Leute, die das jetzt halt nicht wissen und nicht so viel mit Draft am Hut haben. Imperial Oath war eine Karte in Kamigawa Neon Dynasty. 5 und 9 weiß, es macht eine Sorcery, äh, macht 3, 2, 2 weiße Samurai Tokens mit Vigilance und du scryst 3. Scry 3, 1, 1 Lifelink, ist jetzt halt nicht so viel Unterschied schon mal. Du hast Imperial Oath, war eine der wenigen Karten, wo du mehr haben wolltest. Normalerweise sagt man in Draft-Formaten, naja, ich weiß nicht, so 2, 6 Drops sind schon ein bisschen heftig. Imperial Oath war so gut, im Draft-Format selbst, dass du, dass es einfach linear nach oben gegangen ist. Je mehr Imperial Oaths du hattest, desto besser war das Deck. Und wenn du auf 17 Lands schaust, selbst Decks mit 8 Imperial Oaths hatten eine über 60% Win-Rate. 8 6 Drops in ein Limited-Format. So, jetzt halt, wenn man das dann in Perspektive setzt, denke ich, es war mal der Fall und sie haben es last minute geändert noch, weil das passt ja jetzt mit der 2-Jahres-Rotation von, wir können nicht schon wieder so einen Banger wie Imperial Oath in ein Draft-Set packen. Das Ding war zu stark und ich glaube, das ist dadurch passiert und deswegen haben sie diese 3-2-2er zu 2-3-3er gemacht. Interesting, okay. Ich kann deine Argumentation verstehen, Freddy, aber es ist mir egal. Ich möchte nicht, dass Ritter 3-3 sind. Jochen ist so, ihr redet am Punkt vorbei. Es ist mir egal, wie gut diese Karte ist. Das ist, als ob Samurai plötzlich nicht mehr 2-2 mit Vigilance wären. Das geht so nicht. Es gibt Samurais, die sind 2-2 mit Double Strike. Der Punkt ist, sie sind 2-2. Es gibt ja auch Ritter, die haben keine Vigilance. Aber Ritter sind 2-2 aus dem logischen Grund, es ist ein Pferd und ein Mensch, eine Humanoide. Ja gut, dann haben sie halt des Pferds Steroide gegeben. Das sind einfach 2 Pferde jetzt. Die stehen so drauf wie diese Kunstreiter und können dann ja auch ein Zweihandschwert benutzen, weil sie nicht mehr die Zügel halten müssen. Ja. Perfekt. Ich gebe es ein Spiel, weil ich werde es draften, aber ich verstehe den Frust, weil 3-3-9 ist nervig. Aber ich gebe es trotzdem ein Spiel, weil ich will das Teil draften und ich will am besten, ich will wissen, ob ich auch sechs Stück in ein Deck packen kann und meine Winrate nach oben geht. Ja, Mann. Ja gut, dann, aber eine weiße Karte, aber ich glaube, du wirst sie vielleicht besser finden als ich. Herald of Eternal Dawn. 4 und 3 weiß für einen 6-6-Engel mit Flash. Außerdem hat es Flying, du kannst das Spiel nicht verlieren und deine Gegner können das Spiel nicht gewinnen. I am the light that breaks the darkness ist erstens mal, manchmal ist ein Flavortext gut. Das hört sich halt an, als würde sie halt gerade zu viel Evanescence hören. Und das andere liegt daran, ja, es ist ein bisschen besser als Platinum Angel, der ein 4-4-Flieger ist für 7 Colorless und eine Artefakt-Kreatur. Und natürlich, die Karte kommt reingeflasht und soll dich retten, wenn du sterben würdest und dann hast du den Counterswing, um das Spiel zu gewinnen. Was sie vielleicht auch machen wird in Nicht-Standard, weil das ist ein 7-Drop und du wirst sie nicht casten. Und ich hätte einfach lieber Platinum Angel. Und das ist so einfach, deswegen gebe ich dir ein Exil, weil ich glaube, Platinum Angel ist einfach die interessantere Karte, einfach weil sie eben nicht nur an weißen Decks gelockt sind, weil die Color-Restrictures nicht so stark sind. Und dass das eine Artefakt-Kreatur ist, macht es natürlich auch ein bisschen leichter zu removen, aber gibt es noch ein paar andere Synergien. Ich mag Platinum Angel einfach sehr gerne. Ich wollte den selbst schon zweimal in Decks packen. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich in realistischer Reihenfolge zufriedener gewesen wäre, aber ich hätte lieber gesehen für ein Magic-Flavor-Set. Weil Platinum Angel ist für mich eine Karte, die ist Magic in der pursten Form. Ja, das ist ein Ding. Wenn man noch was, aber die Preise anschaut, dann ist nämlich der Herod of Eternal Dawn wieder bei 15 Euro plus. Und Angel's Grace ist bei ungefähr 5 oder sowas. Oder sogar drunter. Angel's Grace kostet ein Weiß. Dann ist man immer noch bei dem Punkt von Freddy, dass man halt Weiß haben muss, um es zu spielen. Aber es hat Split Second und du kannst das Spiel auch nicht verlieren in dem Zug. Und das ist wieder das Ding, dass es, finde ich, eine spannendere Karte, auch für den Rest des Tisches, als dieser Engel. Weil der Engel ist so, ja, ist halt ein 6-6-weißer Flieger. Und wirklich, das Mana offen zu halten, ist schwierig. Aber ein weißes Mana offen halten, das ist man als weißer Spieler sowieso gewohnt, weil man ja seinen Sorts zu Plausheers und Path to Exile noch irgendwo unterbringen will. Und die Leute wissen halt nicht, was passiert mit dem einen weißen Mana. Und das ist der Witz bei Angel's Grace. Aber mit sieben Mana, da kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Und da ist Herod of Eternal Dawn ehrlich gesagt auch nicht die beste Option, was mit sieben Mana passieren kann. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab bisher noch nie mit einer Karte, die dieses Oh, you can't lose the game and others can't win the game Karten gespielt. Deswegen weiß ich nicht, wie sich solche Spiele spielen. Rein von den Stats, die ich mir anschaue, ist es so, weißt du, du hast vier beliebige und drei weiße Mana. Das finde ich halt, das ist halt auch nochmal so ein Ding, wo du sagst, eh in einem Zweifarbdeck vielleicht, aber in einem Dreifarbdeck ist es eh schon gegessen eigentlich. Also da kannst du es nicht, äh, nicht belastbar quasi irgendwie machen. Ich, ja, keine Ahnung, also wenn ich sieben Mana offen lassen würde und ich das nicht super krass Poker face oder Schauspieler so, oh, ich hab nichts Richtiges, oh, ich hab kein Land gezogen, keine Ahnung, ich kann nichts machen, ich hab nur Mist auf der Hand, was bei sieben Mana und Let's Be, passiert nicht. Ähm, dann, dann wissen alle, wie Freddy und Jochen, du auch schon gesagt hast, es wissen einfach alle, irgendwas ist, Tepherous Protection oder Schieß mich tot oder, was heißt Tepherous Protection? Also, Mana technisch. Drei. Drei? Okay. Ja, okay, still, vielleicht ist es trotzdem so, oh, vielleicht hab ich dann nichts, was ich bei vielen Mana spielen könnte. Man weiß auf jeden Fall, es kommt irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, ob meine, ob meine Abneigung stark genug ist, ob ich jetzt direkt in Exil gehen würde. Äh, deswegen würde ich ein ganz klassisches, ich weiß es nicht genau, deswegen würde ich mich hier mal enthalten, weil ich mal mit so einer Karte spielen möchte. Ich möchte mal sehen, was die für einen Effekt aufs Spiel hat. Das Spexil ist bekannt, hey. Das Spexil, oh, davon hab ich viel. Ja, das war auch eine Fritz-Spezialität immer. Ah, schön. So, Freddy, ach, das, aber gut, das ist noch so. Wieso, ah, du Coward, als ich angefangen hab beim ersten Mal, beim Spiel und Exil, danach hat er drei Stück verteilt. Tja, aber es gibt manchmal Spexile, das ist erlaubt. Ja, das, das, es geht wirklich nur einher, dass ich keine Ahnung hab, wie dieser Effekt sich auswirkt, deswegen kann ich schwer einschätzen, ob sich das lohnt. Und was ich einschätzen kann, ist, dass Rot gerne anderen Leuten auf die Nase haut. Und ich habe mein nächstes Spiel gefunden in einer Karte, wo ich mich sehr drüber ärgere, dass ich sie erst jetzt gesehen habe, weil ich gerade erst einen monoroten Commander gebaut habe und ich nicht von mir selbst verantworten kann, noch einen zu bauen, obwohl ich das sehr gerne täte mit dieser Karte. Und zwar ist das Gornok, the Red Reaper. Das ist eine 2-3 Minutau-Warrior-Creature für zwei beliebige und ein rotes Mana. Die hat Haste und die hat den schönen Text Cowards can't block warriors. Und sagt von wegen, wenn immer ein Warrior, den ich kontrolliere, einen Spieler angreift, wird eine Target-Creature von dem angegriffenen Spieler ein Coward, also ein Feigling quasi, der dann quasi Warriors nicht blocken kann, zum Beispiel Gornok oder alle anderen Warriors auch. Außerdem steht dann auch drauf, dass Attacking Warriors, die ich kontrolliere, plus X, plus 0 bis zum Ende des Zuges bekommen, wo X gleich die Nummer von Cowards ist, die meine Gegner kontrollieren. Das heißt, im Best Case, ich greife irgendwie mit drei Warriors an, jeden Spieler einmal. Es sind drei Cowards auf dem Feld, die meine Warriors nicht blocken können. Und alle meine Warriors bekommen dadurch, dass drei Cowards auf dem Feld sind, plus 3, plus 0. Ich finde das so schön. Und ich habe mich auf Scribe vorhin ein bisschen umgeschaut, weil ich kannte den Effekt von Cowards can't block warriors. Allein diesen Text fand ich so schön, dass ich ab dem Punkt, ich habe es gelesen, ich war so, das ist mein Spiel. Ich habe keine Ahnung, was die Karte noch macht, aber das ist mein Spiel. Und ich finde es eine sehr schöne und sehr unike Art und Weise, irgendwie Evasion zu vergeben. Weil natürlich, ich habe ja auch mein Carleck-Deck und da habe ich Sachen so, oh ja, sie bekommt Trample mit Sachen oder sie bekommt Fliegen oder sowas. Aber einfach dieses Ding, nee, der kann einfach nicht blocken, weil der Schiss vor meiner Kreatur hat, finde ich auf einem bestimmten Roleplay-Aspekt sehr befriedigend. Und deswegen bekommt die Karte so ein hartes Spiel von mir und ich werde die 100% in mein Carleck-Deck reinpacken, weil da auch einige Warriors mit drin sind und ich die sehr cool finde. Marius discovers Baldwyr Intimidator. Ja, ich habe lustigerweise, bevor wir aufgenommen haben, habe ich gesagt, hier, das ist geil, weil das der Punkt ist, an dem wahrscheinlich Freddy und ich frech den Baldwyr Intimidator inserten können. Also sozusagen können, hier, guckt mal, den gibt es schon die ganze Zeit. Der war ein Battleborn im besten Set aller Zeiten. Ja, das ist, der tut es erst. Ach, ich, ich habe den auch gesehen und war sofort, mein Hirn war so, ich will ihn bauen, ich will ihn bauen. Ich war so kurz davor, ihn auch in das Spiel zu nehmen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin halt einfach ein Coward. Nee. Ich weiß nicht, weil ich will schon ums Typel bauen, aber ob ich den jetzt spielen werde oder nicht, das wird wahrscheinlich eher in einer anderen Shell sein. Also das Problem ist halt, mache ich halt einfach tatsächlich einen Warrior-Deck mit ihm rum, weil eine Sache, ich habe jetzt nicht so viel Lust in Monorot, ich fühle mich da oft in Typels zu restricted, wenn ich nur in einer Farbe bin. Das ist so eine persönliche Deckbauangelegenheit von mir. Aber auch, wo ich denke, nicht, dass ich, Restriction Breeds Creativity, aber ich glaube, in vielen Typel-Fällen ist es halt einfach, ich nehme die 20, die spielbar sind und schaue, dass ich nicht zu wenig unspielbare Karten habe. Ja, genau das. Und deswegen ist es so eine Sache von, aber der Einzige wirkliche, der mich interessieren würde, wäre, wenn ich Archeon the Everchosen machen würde. Also die Najila, die als Archeon die Everchosen ja das Secret leer hatte. Und das ist dann so, das wäre schon ziemlich Metal as fuck. Und vielleicht wird das was, wo ich überlege, dass ich, vielleicht mache ich auch einfach so eine Art Warhammer-Deck draus, wo ich halt dann Chaos-Ritter und Beasts, weil das ist ja ein Minotauri, so Beasts of Chaos und so. Wer ist denn die Beast-Gores oder so? Diese komischen ... Besti-Gores. Besti-Gores, genau. Genau. Ja. Und auch Zyklopen, weil die haben ja auch, die sind ja auch teilweise von Destruction. Also da gehört auch der Baldur-Intimidator rein. Und ich, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht einen Flavor-Deck baue, was gar nicht Warhammer 40k ist, sondern Age of Sigma, Knights sind, als Flavor-Warrior-Deck. Und der hat mich ein bisschen dazu gebracht, deswegen kriegt der auf jeden Fall ein Spiel dafür. Aber realistisch würde ich ihn selbst nicht bauen. Ja. Bauen werde ich ihn auch nicht. Ich werde ihn Kaleck reinmachen. Jochen. Ich baue ihn wahrscheinlich auch nicht. Das liegt daran, dass ich ... Es gibt ein paar coole Sachen, finde ich, wenn man mehr Farben will, diese Samuts sind eigentlich alle, ganz cool für Warriors. Da kann man dann in Naya oder in Gruul reingehen. Da hat man zumindest ein bisschen mehr als Monorot. Aber ja, der Effekt ist halt ziemlich cool einfach. Denn mit dem Feiglinge können keine Krieger blocken. Und das Lustige ist, das ist ja wichtig bei dem Text, dass er schon die Einschränkung hat, dass ein oder mehr Warriors angreifen. Also es kann ja eigentlich nur plus drei, plus null geben, auf normalem Wege. Aber der Baldur-Intimidator, der natürlich einfach ... Er ist halt sieben Mana, und das ist schon sehr viel mehr. Aber durch seine Fähigkeit, dass er für ein Rot eine gegnerische Kreatur zu einem Coward machen kann, hat ja der Baldur-Intimidator in dem Deck mit Gornok, hat er im Grunde ja die Fähigkeit, ein Rot, all deine Warrior kriegen plus eins, plus null bis zum Ende des Zuges. Ja. Mehr oder weniger. Und sind halt auch noch unblockbar. Ja. Und allein dafür, dass er den Baldur-Intimidator so hervorragend ins Rampenlicht stellt, kriegt Gornok von mir ein dickes, dickes Liebesspiel. Liebesspiel? Ein Spiel aus Liebe, sagen wir es lieber so. Ach so. Ja, ich hab noch was mitgebracht, was nicht so in diese passende Konvention mit den drei Mana reinfällt, nämlich eine Kreatur, die ziemlich groß ist und auch nicht nur drei Mana kostet. Koma kommt zurück. Koma World Eater. Eine 8-12 Legendary Serpent für drei, zwei grün und zwei blau, also Simic-Legende. Kann nicht gecountert werden, hat Trample und Ward 4 und immer wenn Koma einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann darfst du 4-3-3 blaue Serpents erstellen und die heißen Koma's Coil. Also so wie die die Koma, der frühere Koma auch schon erstellt hat. Warum gebe ich dir ein Spiel? Ich hasse den alten Koma. Also das ist wirklich, das ist eine der schlimmsten Karten, die es gibt, die machen überhaupt gar keinen Spaß. Das ist unglaublich hässliches Kartendesign, finde ich. Legendary Design, um genau zu sein. Koma World Eater kriegt von mir ein Spiel, denn er hat 8-12. Ja, er hat viele Positivesheiten, es ist immer noch eine Simic-Legendary, die sind halt gut auf ganz vielen Fällen. Aber er macht was, wenn du angreifst mit ihm und Schaden zufügst, dann kriegst du diese Schlangen und diese Schlangen haben nicht noch diesen ekelhaften Zusatztext, mit dem du quasi das ganze Spiel immer stoppen kannst, sondern einfach nur, ich greife mit meiner großen Kreatur an, die ist schwierig zu removen, die ist auch schwierig zu bekämpfen und dafür kriege ich dann quasi, nachdem ich angegriffen habe, kriege ich noch Verteidiger, weil die da einfach da raussprießen. Und das Ding kostet ja auch einen Haufen. Gut, das ist in grün und blau nicht so das große Problem, aber du kannst es trotzdem nicht unendlich oft spielen. Das ist, finde ich, im Gegensatz zur alten Koma-Karte ist es gutes Legendary-Design, weil das Ding zu spielen macht Spaß, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Spaß macht. Es zu removen ist schwierig, aber es geht. Du hast ja vor allem noch einen Anreiz, dann es einfach mit einem Boardwipe wegzumachen, weil du natürlich auch die Schlangen loswerden willst. Und dafür, was es kostet und was es kann, ist es, finde ich, sehr gut ausbalanciert, das Ding. Und es wird auf keinen Fall so nerven, wie die alte Koma, denn es ist auch ehrlich gesagt nicht möglich, mehr zu nerven. Ja, ich stimme dir in basically allem zu, gerade, dass die alte Koma absolut nervig ist. Ich mag dieses, diese großen Kreaturen. Ich hab's vorhin, Jochen und ich haben davor schon mal kurz drüber geredet. Ich finde auch den neuen Valgarov, den neuen Mana-Mono-Schwarz-Commander, der ist auch so ne, der kommt aus Feld und der ist ne Threat. Der hat Ward, Sacrifice, drei Permanents, die du hast. Das ist schon mal, das ist ein Preis, den's zu bezahlen gilt. Der hat kein Dispel-Can't-Be-Countered, aber wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, wo, ja, wenn Valgarov halt im Friedhof landet, dann reanimatest du ihn in Mono-Black halt irgendwie wieder wahrscheinlich. Ähm, aber ich mag das, ich mag es, wenn du für viel Mana, Geld hätte ich jetzt fast gesagt, für viel Mana, was Großes aufs Feld bringst, was, wo alle Leute erstmal sagen, okay, warte jetzt, wir haben ein neues Ziel, wir müssen das entfernen und wir können es wahrscheinlich nicht entfernen, ohne irgendwie, äh, selbst ein bisschen drunter zu leiten. So wie in, keine Ahnung, Ward 4, jetzt in dem Fall ist das eine, der eine muss ein bisschen mehr Mana ausgeben, aber bei Valgarov muss jemand halt, wenn's nicht durch ein Boardwipe ist, halt mal drei Permanent Sacrifices. Es funktioniert im Token Tag besser, aber mein Hintergedanke ist dabei so, ich mag diesen Trend, den sie irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen haben, dieses große Kreaturen, die schwer zu removen sind, aber dafür halt irgendwie auch einen großen Pay, also ich mein, sie kosten halt auch vier, like neun Mana Commander aus Feld zu bringen mit Valgarov oder halt hier acht Mana, okay, ein Simic, das ist wahrscheinlich nicht so sehr das Problem, ist schon mal ein Act, nur, dass er dir dann quasi gesorte Plauschert wird, ist halt immer so ein Hashtag Feel Bad Moment und deswegen finde ich das voll okay, dass zum Beispiel hier Ward 4 draufsteht und auch dieses, ey, er greift an und das ist eine 8-12, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so das Wichtige, dass er viel Damage machen kann, sondern es ist so, es muss nur ein kleines kleine Schaden durchgehen, damit er quasi diese vier 3-3s, vier 3-3s, das ist so viel Bordstate, der auf einmal aufs Feld kommt, ich finde den sehr geil. Lasst mich euch von dem Gegenteil überzeugen, denn die Karte ist mir nämlich nicht anders genug von der originalen Koma. Klar, sie ist immer noch uncounterbar, wenn sie reinhaut, dann machst du diese vier Tokens und effektiv, was der alte Koma ja macht, ist auch pro Turn Rotation vier Tokens und dann halt alle Zusatzeffekte und dann baust du den Klöbel her und du denkst dir die ganze Zeit, ah man, wie er das der alte Koma und dann wird dir der removed und du denkst die ganze Zeit, oh man, ich könnte jetzt schon wieder das machen und dann so, nein, 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 ich mach jetzt halt, ich hab die Restriction, weil der ist cooler, der passt für mich besser und jedes Mal wirst du das im Hintergedanken haben, aber was wär, wenn er's doch ist? Und das ist diese nervige Stimme, die dir die ganze Zeit ins Ohr flüstert, das ist so wie Ninja Decks und die Yuriko. Du könntest einen anderen Ninja Commander machen, aber du brauchst eh Yuriko ins Deck und das gleiche mit ihm, du wirst eh Koma ins Deck bauen und dann tauntet dich die ganze Zeit die gleiche Karte von so, du machst's nicht optimal und dann so, nein, ich mach's nicht, ich entscheide mich, aber du hast die ganze Zeit diese fiese Stimme im Hinterkopf, die dich dazu bringen wird und du baust dieses Deck und irgendwann wird dir dann ins Deck landen und dann, wenn du fast mit Koma spielst, dann ist es halt so mächtig, dass du's nimmer brauchst und irgendwann geht es dann raus und du spielst es gar nicht mit deinem Lieblings-Favorite-Toy, aber gleichzeitig bist du so den Willen geworden, der Koma selbst spielt. Das ist eine Gateway-Drug. Ich sehe, woher du kommst, ich würde den anderen Koma trotzdem nicht bauen. Ich glaube, das ist so eine Karte, wo ich sage, nee, nee, da verliere ich meine Freunde, wenn ich da regelmäßig auf der Magic Knight damit ankomme. Ich hab den, ich hab den anderen Koma sogar, weil ich den irgendwann, als er relativ günstig war, hab ich mir den einfach nur aus Collector-Gründen in dem Alternativ-Artwork geholt. Ich hab den noch nie gebaut. Ich würde behaupten, ich versteh deinen Punkt, aber zumindest ich persönlich kann sagen, der Neue kriegt ein Spiel von mir, weil ich immun bin gegen den Alten. Mein Hass schirmt mich ab vor Koma. Ich hab schon so oft Spiele gehabt, wo der Koma auf der anderen Seite war, dass ich nicht die Person sein will, von der du gesagt hast, Freddy, dass sie der Bösewicht ist. Ich bin da streng auf der Seite des Guten und Gerechten und ich werde, ich kann ja versuchen, mit dem Koma den Fehler auszumerzen. Das ist vielleicht der Koma, der seine Vergangenheit vergessen machen wird. Der sagen will, ich bin nicht mehr dieser Koma. Lasst mich in Ruhe, ich bin besser geworden. Und dann hat er einen Rückfall. Das ist ja, dann hat er einen Rückfall. Also, Musikempfehlung Atrocity Exhibition von Danny Brown, wenn ihr ein sehr geiles Rap-Album haben möchtet über den Absturz in Drogenabhängigkeit. Also, und Koma, Koma wird auch irgendwann seine Atrocity Exhibition machen. Das ist jetzt der erste Schritt. Meinerlich, Freddy. Ich find's ja auch lustig, dass das Secret leer rauskam und die geprintet haben at the beginning of your upkeep aus Versehen bei den Koma und dann ist es so, da ist er doch. Das ist eine coole Karte wäre dann gewesen. Ja. Ja, ähm, okay, äh, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt so negativ reingegangen bin? es geht einfach. Jetzt machen wir's mal ein bisschen schnell. Es gibt eine Karte aus Jumpstart, die heißt Trufus Sproutsire. Zwei und ein Grün für den, ja. Zwei und Grün für den 1-1 Zeppelin, der Trämpel und immer, wenn den Zeppelin, den du kontrollierst, Combat Damage machst an den Spieler, dann machst du so viele 1-1 grüne Zeppelin Creature Tokens. Wichtig ist, er kümmert sich nicht, ob es Zeppelin Tokens macht, er vermehrt sich, aber, fuck ihr, was machst du damit? Es ist Shrufus. Es ist Shrufus. Muss mehr davon gesagt werden, nein, dass, dass es ein wilder Pilz ist mit sechs Beinen und einen Arm und einem Schnurrbart und einem Schnurrbart, der seine Babys an der Hand hält und durch den Wald läuft. Ach ja, ähm, ah, das, die wirft er dann bestimmt, das ist seine 1-1-Attacke. Das ist so, Kind. Ja. Wenn er plus 1, plus 1 Marken bekommt, sind das einfach mehr Kinder. Kind gibt. Der ist absolut cool. Ich bin da bei dir, Freddy. Man muss nicht mehr dazu sagen. Es ist auch, ich war ja gerade bei Koma, der macht ja im Grunde das Gleiche, nur mit nicht, mit viel freundlicheren Wesen und im Grunde ist er wahrscheinlich die witzigere Karte, weil man ihn halt hochpumpt und dann hat man irgendwie ganz viele Saarbrüllinge und dann greift man an, hat noch mehr Saarbrüllinge. Dann kann man auch übrigens das Banner auf Kinship wieder reinballern. Ähm, wunderbar. Äh, Shrufus ist ein witziger Legendary. Auf jeder Ebene dieser Karte ist er witzig. Sogar der Flavortext ist noch ein lustiger Witz und deswegen gibt es natürlich ein Spiel dafür. Was ist denn der Flavortext? His laughter and everything else about him was infectious. Ja, aber mein liebster, mein liebster Witz auf der Karte ist, ey, wir machen ein neues Set für Neuanfänger, was gut Sachen erklärt. Hier habt ihr eine 1,1 mit Trample. Ja, das, das finde ich großartig. Also, Shrufus ist halt einfach, oh. Das ist, ich fand's so witzig, weil ich ja gesagt habe, die, äh, der blaue Commander ist gerade der, wo ich Mono-Blau überlege. Tatsächlich ist der grüne Commander hab ich gesagt, Alter, vielleicht mach ich einfach Mono-Grün ihn. Vielleicht mach ich einfach ein Zeppelin-Deck einfach mit ihm, weil es fucking witzig ist. Shrufus ist. Es ist Shrufus. Kannst du dir, wenn du in den Spiels so einen Hut ganz tief über die Augen ziehen und dann deinen Bart nur so unten rausschauen lassen? Ich färbe ihn dann auch grün dazu. Oh ja, Shrufus-Zeit. Einfach Reject Koma, Embrace Shrufus. Ja, Ja, großartig. Auch Spiel von mir, ganz klar. Cool. Äh, da mach ich auch mal weiter mit einem, äh, äh, Spiel bei mir. Und zwar, äh, ich glaube, ich glaube, ich mach mal kurz weiter, weil ich grad so in meinem Rot-Ding drin bin, mit Alesha, who laughs at fate. Das ist ein Human Warrior, der passt, äh, super inkludiert, oder inkludiert gut meinen Pick davor. Äh, eine 2-2 Human Warrior Legendary Creature für ein beliebiges Schwarz und Rot, also ein Raktos. Äh, die hat First Strike und sagt, wenn immer sie, äh, wann immer sie angreift, tue ich mit Plus 1, Plus 1 Counter auf sie drauf. Und die hat Raid. Witzigerweise, es ist kein Keyword, aber es ist ein Reminder-Text, bis Foundations oder Jumpstart jetzt hat, hab ich, bin, hab noch nie Raid encountered. Hab ich noch nicht gesehen in meinen jetzt seit ein, ein Vierteljahren, äh, Magic. Ist nichts Neues aber, oder? Nee, nee. Das ist, äh, das gibt's seit Tag hier. Oder seit dem zweiten Tag hier ist das. Genau. Und ab und zu haben das noch Piraten, deswegen taucht's immer mal wieder in X-Alan auf. Okay, dann hab ich's bisher einfach sehr gut gedottert. Äh, und genau, die hat Raid eben auch noch dazu. At the beginning of your endstep, if you attack this turn, äh, return target creature card with mana value less than or equal to a lasher's power from your graveyard to the battlefield. Das heißt, im Endeffekt, wenn du sie dann angreift und man gibt dir irgendwie Haste oder sowas, als erstes mit zwei Mana, dann drei Mana. Lange Rede, kurzer Sinn, die kommt in mein Karlek-Deck, die bekommt zwei Attack-Trigger und ich hab quasi nach dem, äh, mit Haste hoffentlich dann auch, äh, kann ich direkt eine Kreatur mit Mana Value 4 oder sowas, äh, in meinem Endstep zurückbringen. Ich find die auch so cool eigentlich wieder. Ich find das Artwork auch so cool. Ich hab gelesen, dass es eine ältere Version ist von der Alasher, die man bisher kannte. Ähm, ich kannte die Alasher davor nicht, deswegen ist das die erste Version, die ich gesehen habe und ich find sie so unfassbar cool. Diesen mongolisch angehauchten Style mit den ganzen roten Bannern und sowas. Die ganze Karte schreit Rakdos für mich. Ähm, oh. Ja, ich, äh, ich bin ein großer Fan von der Karte. Ich glaube auch nicht wirklich, ich muss mehr dazu sagen. Es ist so, sie macht alles, was ich möchte, sie greift an, sie wird durchs Angreifen größer und im Endstep bekomme ich eine tote Kreatur wieder zurück ohne Finality Counter oder was auch immer. Ich hatte, bei der Karte hatte ich so dran gedacht, das ist die Aggro-Version von meinem Mirko-Deck, der quasi, ja, äh, wenn ich so wähle, größer wird und dann nicht, äh, Creatures mit weniger Power aus dem Friedhof zurückbekommen. Das heißt, und das unterscheidet sich schon. Ähm, aber im Endeffekt macht es das auch im Endstep, aber da kommen sie halt mit Finality Counter zurück äh, und hier ist einfach so, nee, straight hier bekommst du zurück easy peasy, legst ein Equipment an, hat irgendwie, keine Ahnung, äh, mit diesem Black, Black Forge Blade, keine Ahnung, ist instant ein 5-5, Black Blade Reforged, instant ein 5-5, hol dir irgendwas Fettes aus deinem Friedhof wieder, have fun. Äh, ich find die super geil für drei Mana. Ja. Es ist mir egal, was die Karte macht, die kriegt ein hartes Exil. Einfach aus Flavor-Gründen. Die bekämpften, die bekämpften, erstens, wenn du nicht weißt, was wie Khans of Takir passiert ist, ein Plan, der mir sehr cool ans Herz gelegt ist, das erste war Khans of Takir. Und das war ein dreifarbiges Set, wo auch wir die Madu-E-Farben eben mehr haben. Sie ist nicht Madu, sie war die Anführerin der Madu in der Vergangenheit. Mhm. Und dank Sarkhan, den Vollpisser, sind wir in die Vergangenheit zurückgekommen, um halt Ugin wieder zu beleben. Äh. Das ist der Drache, ne? Genau. Der Spirit, der Spirit-Dragon. Das ist ja was auf Takir. Und Khans war so ein interessanter, oder in Khans of Takir war der Plan so interessant. Fünf Tribes, die alle doch ums Überleben zu kämpfen, aber auch diese alten Drachen gejagt haben bis zur Auslöschung. Und, äh, aber dann trotzdem irgendwie jetzt über die Jahre einen Kult darüber gewendet haben, als Art Götter äh, zu haben, eben durch die Mythologie von denen, was sie waren. Aber eigentlich waren sie die Personen, die die ausgelöscht haben. Und Alascha war ja selbst mit an der Vorfront. Und, äh, die ganzen Geschichten um Surgohelmsmasher und den Jeskai und was da alles passiert, das war so ein interessanter Plan. Eine der uniksten Sachen, einzigartigsten Sachen, die Magic jemals hatte. Und dann sind sie in der Vergangenheit zurückgegangen, haben die ganzen Clans über einen Haufen geworfen, in dem sie jetzt halt von irgendwelchen komischen Drachenanführern machen, die alle zweifarbig sind. Äh, die Mardu, jeder hat jetzt sozusagen einen Teil der Identität verloren. Und gleichzeitig hast du halt einfach dieses blöde Dragons of Takir gehabt, was ein schrecklich beschissenes Set war. Ähm, Ich hasse Karns so dermaßen. Die haben eine der coolsten Sachen, die sie je gemacht haben, Lore-technisch ruinieren. Und das Alessia jetzt nicht mal mehr im Flavor, weil es war ja damals, die Idee an Dranks of Takir war, es könnte ja in jede Richtung gehen. Du kannst Karns oder Drachen wählen. und Alessia war eine rote Karte, die entweder Mardu war oder Raktos, also je nachdem, weil du hast diese Split-Farben gehabt. Und die ist halt einfach Raktos, die Drachen haben, ja, E-Gwonner, wir wissen es, Drachen verkaufen sich halt. Äh, Scheiß auf unsere eigene IP, die so, ah, ich hasse es, Scheiß Dranks of Takir. Sehr schön. Oh, ich freue mich, die Karte gegen dich rauszuholen. Jochen, was denkst du über die Karte? Ich gebe dir ein Spiel und zwar einfach aus dem Grund, dass sie die, das ist wie, ich hasse, also ich könnte jetzt ähnlich in Brinstig wie Freddy über Maren auf Clan Neltoth reden. Maren ist also mit der beschissenste Commander, den es gibt. Also ich habe wirklich, es gibt wenige Commander, für die ich so wenig Liebe übrig habe, wie für Maren. Die ist ein Goigari-Reanimator mit Experience-Counters. Ach, das ist die, ja. Die nervt richtig brutal. Die ist für mich auf einer Stufe mit dem Scheiß-Koma. Ähm, Alesha. Also wir arbeiten heute hier auf, ey, ich sollte das als Therapiesitzung irgendwie absetzen. Alesha ist cooler als Maren, denn es gibt mehrere Sachen. Sie hat eigentlich sind es zwei. Der Effekt triggert, wenn du angegriffen hast was gut ist, denn das beschleunigt das Spiel, Agro-Strategien sollte man immer irgendwie ein bisschen drin haben, damit man nicht einfach nur da sitzt und einfach nur opfert die ganze Zeit und Sachen zurückholt, wie das mit Maren zum Beispiel der Fall ist. Und dann kommt der zweite Punkt, sie hat kein Grün drin, das heißt, der scheiß Sporenfrosch kann nicht in dem Deck sein und der Sporenfrosch ist, also ich hoffe, der Sporenfrosch wird eingeblendet, wenn ich jetzt drüber spreche. Das ist das süßeste Artwork aller Zeiten. Dieses Tier so oft zu opfern, wie das in Maren Dex passiert, ist absolute Barbarei und gehört verboten. Und weil es Monogrün für ein Grün ist, kann das nicht passieren mit Alesha. Alesha lässt Frösche in Ruhe und das ist ein ganz wichtiger Punkt von mir dafür, dass sie ins Spiel kriegt. Plus alles, was du gesagt hast, mehrfach angreifen, Equipment drauflegen. Man kann damit viel machen, aber es dreht sich immer darum, dass man das Spiel irgendwie aggressiv ein bisschen zumindest versucht hat voranzubringen. Sie muss ja nicht mal selber angreifen, aber es ist natürlich cool, wenn sie angreift, weil sie dadurch stärker wird. Aber ja, deswegen kriegt die von mir ein Spiel. Rein mechanisch finde ich, ist das die schönere Version von Maren. Das einzige Coole an ihr ist halt Trans Rides. Das stimmt, dass das schon immer eine Trans Person schon war, Alesha. Das war die erste in Magic überhaupt. Ja, cool. Ja, sehr nice. Also ich muss mich langsam mal ins Low einlesen. Ich sage das immer, ihr brieft mich einfach. Ich hole mir das in Titbits von euch immer ab. Jochen, möchtest du weitermachen? Ich gehe mal von der positiven Alesha für mich gehe ich mal zu jemandem, die ich eigentlich cool finde, nein, ist eigentlich auch ein arroganter Mistzack, aber ich war ja bei Koma dabei, bei dem neuen Koma, hey, cool, das ist besser als der alte Koma. Der spielt sich vielleicht lustiger. Niv-Mizzet Visionary wird sich, glaube ich, nicht lustig spielen und deswegen kriegt er von mir ein Exil. Niv-Mizzet Visionary, einer der vielen Niv-Mizzets, die es inzwischen gibt. Kostet vier, ein Blau, ein Rot, hat von fünf fliegend, du hast keine Maximum Hand Size und immer wenn eine Quelle, die du kontrollierst, einem Gegner Non-Combat Damage zufügen würde, dann ziehst du so viele Karten. Also im Grunde ist es der Burn, Niv-Mizzet, der sagt, haha, hier, blub, jeder Spieler kriegt drei Schaden, ich ziehe schon mal neun Karten. Das ist eine gute Karte. Ich glaube, wenn man den als Commander nimmt, wird es immer das gleiche Deck sein, das ist ein bisschen wie der A-Gear bei Kaltheim, dieser Riese, der immer, wenn du Überschussschaden gemacht hast, einen Effekt getriggert hat. Alle diese Decks werden exakt gleich sein und die meisten dieser Decks, ich würde sagen, 85 bis 95 Prozent werden dreimal gespielt und dann auseinandergelegt, weil das ein Playpattern ist, das nicht viel Spaß macht. Es ist zwar stark, aber es macht einfach keinen Spaß und es ist auch nicht so, dass du da einfach alles reintun kannst und dann sagen kannst, juhu, das ist hier mein Deck mit Tim, dem Zauberer. Es wird in der Theorie funktionieren, aber das ist wie Freddy vorhin gesagt hat, wieso sollte ich das machen, wenn ich auch einfach den degeneriertesten Scheiß da reinballern kann. Das ist, wenn er als Commander ist, so in den 99, ja, ist okay, aber da ist auch die Frage, wenn du so ein Burn-Deck hast, kannst du ihn auch gleich als Commander benutzen. Ich finde ihn halt langweilig. Ja, ich finde ihn halt nicht anders als die anderen Niff-Mizzets. Das ist es ja. Weil Niff-Mizzet ist immer eine Permutation von Schaden, Card Draw. Du ziehst eine Karte, du machst Schaden oder du machst Schaden, du ziehst eine Karte. Irgendeine Art von Permutation von Niff-Mizzet-Sachen wirst du immer da dann haben, wenn du den hast. Und ich finde halt schade, dass die Five-Color Niff-Mizzets beide sehr interessant sind und wir halt jetzt nicht wieder zum Niff-Mizzet-Niff-Mizzet gehen. Warum auch immer eigentlich, aber gut, das kann auch wieder, das kann ja ein Blick in die Vergangenheit sein, oder? Ja, das kann auch ein Blick in die Vergangenheit sein und ich halt so, ich weiß nicht, der könnte vielleicht cool sein für Leute, die noch nie einen Niff-Mizzet hatten, ihn tatsächlich mal Index zu packen, weil ich glaube, man muss nicht einen anderen Niff-Mizzet reprinten und vor allem, vielleicht kriegt er ein Spiel von mir, einfach weil er nur Izzet als Farbkosten ist. Ein Problem, den ich immer hatte mit den anderen Niff-Mizzets, ist, dass die so Color- und Kostenintensiv sind in den Farben, dass die einen halt dazu mehr oder weniger zwingen, die als Commander zu spielen. Und wie der tatsächlich dann so im Freien so rumhängt, weil er nicht zwei, zwei Rot, zwei Blau oder drei Rot, drei Blau kostet, kann ich durchaus sehen, dass man vielleicht den Effekt-Index haben möchte. Also ich könnte mir vor allem vorstellen, dass dich, Marius, sowas interessieren könnte für sowas wie Nistel Ali als großer Globo. Ja, das meinte ich. Genau, ich bin auch gerade am Überlegen, weil ich finde ihn, ich finde ihn, in einem Izzet-Deck für sechs Mana kommt er schon ganz schön spät irgendwie aufs Feld, wo ich schon das Gefühl hatte, dass die Izzet-Decks, die ich bisher gespielt habe, schon so ein bisschen um den Commander sich gedreht haben. So mit Nistel Ali, ich glaube, drei Mana kostet die, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das hatte ich noch, Gale, Waterdeep Prodigy, kombiniert mit dem Raufbold, der irgendwie am Anfang eine Karte exiliert oder sowas. Und noch ein paar andere, die neue Otterin, die Otter Spells kopiert, hatte ich auch gemacht. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich bei, mein Problem mit Izzet-Decks ist, dass ich generell das Gefühl habe, dass Izzet-Decks sich sehr samey spielen. Also zumindest waren jetzt meine Spielerlebnisse von diesen drei Decks, die ich jetzt gerade genannt habe, immer ähnlich irgendwie. Das kann natürlich sein, dass ich sie ähnlich gebaut habe, beziehungsweise Stellar Lee habe ich ja nicht gebaut, das ist das Precon. Aber das war auch immer Non-Combat-Damage, was ich cool finde, versteht mich nicht falsch. Aber das war dann halt irgendwie immer Pay-Off. Oh, Non-Creature-Spell, hier bekommst du irgendwie Token dazu. Non-Creature-Spell, hier machst du ein bisschen Damage. Ich glaube halt, dass der in so einem Deck der Pay-Off ist sehr geil. Also dieses, ey, ich mache keine Ahnung, so heißt, you can shield deals Non-Combat, you draw that many Cards. Ja, doch. Also wenn ich jemandem sechs Schaden oder jedem sechs Schaden um die Fräse haue, dann habe ich dann halt auf einmal mein halbes Deck in der Hand. Was kombiniert mit You Have No Maximum Hands immer ganz cool ist. Und ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen die Power-Fantasy, dieses, ey, du bist ein Spellslinger und du hast auf einmal quasi dein Zauberbuch auf der Hand und hast dann, kannst du das spielen. Ich finde den schon ziemlich cool. Ich würde ihn nicht als Commander spielen. Nee, aber ist es nicht eigentlich dann interessant, wenn du das jetzt gesagt hast, dass der ist ja kein optionaler Effekt. Du musst ihn auch selbst dann loswerden, selbst wenn du so viel Karten ziehst, weil sonst deckst du aus, bevor die Gegner tot sind. Aber das war ja oft schon ein Problem mit Niff Missets. Also das haben auch, hat auch der Ursprung Sniff Missets, glaube ich, das Problem, dass er durchaus dich selber kaputt machen kann, wenn du keine Möglichkeit hast, ihn zu stoppen. Ich glaube, ich gebe mal ein kleines Spiel, weil ich bin einfach daran interessiert, wie er sich in Deck spielen wird, weil bis jetzt haben wir nur Niff Missets möglich in der Command Zone gehabt. Ja, also das ist so dieses, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber die Karten, die ich bisher in Is It Decks gespielt habe, die interessant waren, kann ich an einer vielleicht an zwei Händen abzählen, sonst haben sie immer sehr samey Effekte irgendwie, und das ist ein Effekt, wo ich sage, natürlich ist das ein Effekt, den gibt es schon, aber der ist halt, der ist schon krass, keine Ahnung, der ist halt irgendwie amplified irgendwie dadurch, dass es halt wirklich so viele Karten und ich meine, wenn du das Is It Decks spielst und dann jedem, keine Ahnung, drei Schaden, dann ziehst du neun Karten und dann, also ich würde ihm auch ein Spiel geben, vor allem, ich finde den Flavortext wahnsinnig schön, Jochen, wie du es vorhin gerade schon angesprochen hast, weil er ein eingebildetes Arsch ist, der Flavortext ist Ravnikas, sharpest mind and its biggest ego, also ja, sehr schön, ich glaube, er bekommt ein Spiel von mir, ich fand Niv-Mizzet schon immer sehr cool, ich habe bisher erst einen Niv-Mizzet gespielt, eben den OG Niv-Mizzet, den ich halt ab und zu in Decks gepackt habe und der hat performt, also ich glaube, ich finde den schon ganz cool. Ja, naja, bei mir ist halt ich bin sehr in den Simic-Farben irgendwie heute geblieben mit meinen Pics und leider, so cool Schroofus ist und so gerne ich Loot cool finden würde, kriegt er ein Exil. Loot, Exuberant, Explorer ist zwei und ein grün für ein 1-4 Beast, Noble, Legendary Creature. Du darfst ein zusätzliches Land während jeder deiner Runden spielen und außerdem für vier Mana und zwei grünen und tappen, dass du die obersten sechs Karten in deiner Bibliothek anschauen, du darfst eine Kreaturenkarte davon mit weniger Manual-Value als die Länder, die du kontrollierst, anschauen und aufs Spielfeld legen, der Rest kommt unter die Bibliothek, also nur eine Creature-Card. Das ist ein feiner Effekt, weil er ist immer noch ein Three-Drop, der ein extra Land-Drop für sich mitbringt und eine potenzielle Upside hat mit den Sechs-Malern. Dass die Activated-Ability nicht so stark ist, ist gar nicht so das Problem. Ich finde den halt einfach nur, während Chiora alles Gute und Interessante an Blau ist, finde ich, ist Loot alles Negative an Grün von den Commandos man kann. Ja, du spielst mit Ländern und dann cheatest du Sachen in Play und es muss genau Creature sein und es muss wir wollen es nicht abusbar machen, weil für grüne Mana-Sings kannst du sehr leicht abusen, aber die Kreatur muss auch früh genug rauskommen, damit du extra Länder haben kannst und dann lassen wir es da mitspielen und effektiv, wenn du ein tatsächliches Deck mit ihm bauen möchtest, das dann funktioniert, das würde dann in die Surren-Oar- Combo-Richtung gehen mit Titania oder extra Land-Drops mit Strip-Mines und so, aber das wollen die Leute ja also musst du dich selbst restrikten wieder, wegen dem Rule-Zero Zeug, dass du kein Land Destruction Deck mit ihm spielst und du bist schon in deiner Schiene, wo du ihn als Commander in komisches Zeug spielst und sorry, aber wenig Artwork exiled, aber er sieht aus, wie aus einfach im ich weiß nicht, es ist halt wirklich ein Pikachu, der auf irgendeiner Plane ist, den ich nicht kenne. Es ist so witzig, dass du das sagst, weil bevor Freddy in unseren Call dazugestoßen ist, haben Jochen und ich uns genau darüber unterhalten und ich habe gesagt, der bekommt bei mir einfach bloß ein Exil, weil der aussieht wie ein League of Legends Charakter. Ich schaue den an und das ist nicht das, was ich unter der sieht ja sogar anders aus als der Hintergrund seiner Karte. Der Hintergrund seiner Karte hat einen anderen Stil als er selber. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Nach was genau sieht Loot denn aus? Genshin Impact. Ja, irgendwie sowas. Gatshark Game. Ich gebe dem auch ein Exil aus dem einfachen Grund, der ist so ein bisschen Ich bin kein großer Vertreter von Kinnon Bonda Prodigy, der ist gut, der ist brutales Vieh, Loot Exuberant Explorer ist ein bisschen her, hey, wir haben doch Kinnon zu Hause und dann siehst du den und das ist nicht Kinnon und da bin ich ein bisschen dann bei Freddy und Koma vorhin dann ist die Frage wieso spiele ich mit dem was du gesagt hast stimmt Freddy man kann dann Titania reinhauen und ganz viele andere coole Leute die irgendwas mit Ländern machen aber ich kann auch einfach gleich Titania spielen die sehr viel coolere Dinge mit Ländern macht deswegen ist er sieht komisch aus er ist nicht so stark wie Kinnon was für mich nicht so entscheidend ist aber es ist ja Spielstärke gehen ist ja meinetwegen brauche das ist ein Deck wo du bauen wirst wo dein Deck 16 Commander enthalten wird die besser am Helm wären ja wäre eigentlich wieder so ein gutes Precon von vor drei Jahren oder sowas alles ist cooler als der Commander wo du den Commander spielst und irgendwann sagst ich probiere mal den anderen Commander und die ersten drei Runden sind so viel besser als diese Commander jemals gewesen wäre ja von mir auch ein Exil ich finde mal vom Artword abgesehen ich finde die Karte Relty Flame ich keine Ahnung ich habe sechs Mana und Top 6 Cards in Library das ist schon ein bisschen teuer oder naja du willst ja natürlich dann große Kreaturen haben wo du immer Mana Gewinn hast Galta irgendwelche Eldrasi es ist es ja nett der ist der ist fairly statet weil drei Mana für jemanden der ich einen extra Landdrop spielen kann das ist eine feine Karte und dass er dann eine marginale Upside hat wo er mal was reinschicken kann ist halt eine feine Sache vor allem wenn du Mana Dabbler spielst da kannst du das ja auch mal schön für drei Mana aktivieren um dir dann effektiv eine Karte zu ziehen ja dann ist es vielleicht einfach dass ich ihn langweilig finde also dann ist es glaube ich halt einfach eins der dinge wo ich sage ja cool es ist sogar noch ein Stück langweiliger als der cool Omnath und das sagt in meiner Hinsicht glaube ich einiges ich habe den glaube ich einmal gebaut und dann habe ich mir gedacht nach drei Spielen okay als ich angefangen habe habe ich den jedes zweite Game gesehen und ich habe jedes Mal gedacht so ich bringe einfach den Spieler um der dieses Deck hat weil ich habe keinen Bock mehr das zu sehen egal von wo wir gerade so schön in unserer Exilphase sind mache ich dann halt auch einfach weiter und beende den Kreislauf unserer Exilkarten damit wir nach auf einer positiven Note enden und zwar wir haben Jochen hat vorhin einen coolen Drachen erwähnt wo ich gesagt den gebe ich vielleicht eher in Exil und ich bin generell schon Drachen Fan also das ist so was wenn Drache kommt und dann sehe ich so geil 5 Mana Drache Mythic und dann siehst du so 3 5 und du bist so okay da muss der Effekt ja relativ geil sein und du siehst ja der Effekt ist nicht unstark er hat fliegend und if a source your control would deal damage to any opponent or permanent opponent controls it deals double that damage instead und das ist dann immer so okay dankeschön den Effekt den wir in rot basically keine Ahnung gefühlt 200 mal schon haben keine Ahnung das ist einfach es ist wirklich nicht exciting es ist ein totgerittenes Pferd was ich schon häufiger erwähnt habe aber einfach nur macht doppelt keine Ahnung vor allem weil ich das Artwork so cool finde und ich finde ihn so nice aber vielleicht übersehe ich was aber der Effekt alleine ist doch jetzt für 5 Mana nicht super krass und ich finde dass er zusätzlich noch eine Kreatur ist ist für mich eher eine Downside weil er einfacher zu removen ist und dann ist er ein 3-5 Flieger ich weiß es nicht irgendwie kommt die Karte für mich nicht zusammen ich finde es unlogisch dass er 3-5 hat denn es ist ein Drache der zwei Köpfe hat und als Effekt Schaden verdoppelt also sollte er ja eigentlich 10-5 haben das ist okay das verstehe ich warum er nicht 10-5 hat aber das ist so ein bisschen okay also das ist wir nehmen einen Drachen der hat schon den normalen Drachenkörper damit er nicht unfair wird wird er kleiner und das Artwork sagt aber ich bin ein riesengroßer fetter Drache mit zwei fucking Köpfen also ich könnte den Shivan Drachen in die Luft zerreißen aber kann er halt also kann er schon aber nichts in seiner Stärke sagt das irgendwie aus das ist so ein bisschen vielleicht sind das auch kämpfen die Köpfe die ganze Zeit gegeneinander ich hab keine Ahnung das ist so eine das ist was mir stellen sich da sehr viele sehr viele unnütze Fragen aber sie tauchen halt auf ist nicht 5 Mana eh es günstigste von dem was wir von den Double Damage Creature haben also das ist doch normal weil Ungraths Marauders kostet 7 Mana Fiendes Duo kostet 6 ja also das ist halt nur eine die Powercrypte Version von den Ungraths Marauders für mich äh oder wie ich es sehe äh es ist halt wichtig zu sagen es ist jeder Schaden also quasi auch Combat Damage wird verdoppelt und so aber äh Furnace of Wrath glaube ich kostet nur 4 Mana aber du nimmst auch doppelten Schaden weil einfach jeder Schaden verdoppelt wird ähm kommt drauf an also für mich ist das halt so ne so ne richtige Karte von Spexil weil ich mag manchmal Ungraths Marauders und so und das ist ne Karte die wird ab und zu mal gespielt aber das ist halt ne Karte die halt ne Onred also ich sag's mal so wenn ich ne Ungraths Marauders hab dann geh ich nicht extra aus dem Weg mit denen anzuschaffen das ist halt so die Sache ich brauch heute den Effekt und dann brauch ich ne Kreatur oder ne Karte die den Effekt hat und mir ist es eigentlich egal ob er 7, 6 oder 5 kostet natürlich ist die Optimierung und wenn ich jetzt anfangen würde in den Collection anzufangen würde ich mir den wahrscheinlich holen über Ungraths Marauders aber wenn ich schon einen hab oder der eine günstige Budget Alternative ist ich will den Effekt eh erst gegen Ende spielen da ist es nicht so wichtig ob das 7 oder 6 oder 5 ist versteht mich da auch nicht falsch ich möchte nicht von meinen Freunden die ne Podcast hören als absolute Hypocrite hingestellt werden ich spiel auch City on Fire und sowas ich spiele solche Effekte es ist einfach etwas wo ich durchgehe und ich bin so oh geil wir haben nen neuen Mythic Dragon und alles was er tut ist quasi Damage Doublen ist für mich so ein ja cool dann halt ja also wenn ich ihn ziehe werde ich ihn bestimmt auch irgendwo reinpacken verstehe mich nicht falsch aber das ist etwas ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft von nem coolen neuen Drachen irgendwie deswegen bekommt der von mir in Exil vielleicht vielleicht kenne ich als langzeitiger Magic Spieler schon zu viele schlechte rote Drachen auf dem Mythic Spot probably ich gebe dem trotzdem ein Spiel ich finde das ist okay wenn man den hat es ist allerdings muss ich auch sagen Foundations ist für mich ein Set es passiert selten aber es ist so ein Set wo ich mir einfach Singles kaufen werde weil ich nicht ich brauche nicht so super viel davon aber der wäre jetzt wie Freddy gesagt hat das wäre nichts oder wie ihr beide gesagt habt das wäre nichts wo ich sagen würde den schaffe ich mir jetzt ganz ganz gezielt an weil ich habe viel in das Duo und es erledigt den Job auch es ist halt kein Drache aber es ist halt auch ganz okay und cool eigentlich einen Damage-Dubbler Drachen zu haben für 5 Mana und ich meine er macht 6 Schaden in der Luft das ist schon cool und man darf nicht vergessen er hat einen fantastischen Flavortext der sagt nämlich Job only paid enough for one head I'm out Perrin Veteran Mercenary ich mag das ich finde zu Drachen gehören auch immer coole Flavortexte dazu damit man weiß welche arme Saugard gegrillt wurde oder mit etwas Glück nicht es war nicht Perrin anscheinend Perrin nicht Perrins Freunde waren wahrscheinlich gierig und sind alle tot aber ja ich finde das ist ein ganz netter ist eine ganz nette rote Kreatur aber insofern die steht auch für ein bisschen für das was rot kann ist nicht interessant auf einem Level wie Terror of the Peaks oder sowas aber muss es ja auch in dem Fall nicht immer sein ja also Goldspad Dragon und Terror of the Peaks sind eigentlich eher die Ausnahmen von guten roten drachen gehen müssen außerdem du würdest dir aber glaube ich trotzdem mehr Peaks kaufen wenn du natürlich bei unserer Boxing League dafür mitmachen würdest die auch das stimmt dafür habe ich aber leider keine Zeit statt für dieses dieses Advert diesen Advert es fängt ja jetzt leider nicht über zwei Wochen aber mehr Aufnahme aber wenn ihr das leider aus hört Anwendung ist noch frei und ich bin auch dabei und ein paar andere ihr könnt mit Foundations Duskman oder so spielen was auch immer ihr wollt Boxing League go Werbung ist immer cool ich bin immer traurig wenn ich nicht dabei sein kann ich kann oft nicht dabei sein aber eigentlich ich wiederhole es immer und immer wieder einige der coolsten Spiele die ich je hatte waren in einer Boxing League das glaube ich voll so okay Jochen willst du mit deinem letzten Spiel weitermachen wir kommen in die Endphase ich habe mich ja heute schon über wir hatten erstaunlich viele weiße Karten die im Exil gelandet sind aber ich bin schließlich ich und ich muss so ein bisschen Boros representen oder zumindest versuchen die beiden Farben von Boros irgendwie unterzukriegen deswegen habe ich Valkyrie's Call mitgebracht und das ist wer mich kennt kennt auch meine These von den Lockvogelkarten es sind Karten die man wenn man sie spielt die sind sehr stark die müssen weggemacht werden es ist nicht super schlimm wenn man sie verliert aber wenn wenn die Gegner sie nicht kaputt machen ist halt aus und Valkyrie's Call fällt da drunter ist ein Enchantment in Weiß für 3 und 2 Weiß und sagt immer wenn ein Non-Token Non-Angel von dir stirbt dann darfst du die Karte aufs Schlachtfeld zurückbringen die kriegt ein Plus-1-Plus-1-Counter hat fliegend und ist zusätzlich noch ein Engel also du kannst es ich mag daran dass man es nicht unendlich lupen kann es sind dann Engel und dann geht es nicht mehr es können du kannst es nicht mit Tokens machen das ist im Grunde ein bisschen wie dir hier die Luminous irgendwas Moth von Ikoria so ein kleines bisschen die diese Sachen auch mit Fliegen zurückbringt ich finde Engel cooler weil Engel sind halt sehr die Essenz von Weiß sie werden auch noch ein bisschen stärker deine Kreaturen und das ist halt so eine schöne Karte für 5 Mana kann man in Weiß sagen ich lege die jetzt mal raus kümmert euch drum oder nicht und man hat auch in Weiß meistens noch ein bisschen was übrig um eventuell dann danach zu sagen okay hier ist was ich wirklich haben wollte oder man hat halt Valkyrie's Call plus irgendeinen Superbanger aber ich glaube das ist eine Karte die auf jeden Fall einer Beantwortung die ruft nach Beantwortung durch den Gegner also Spiel ja ich finde die geil ich ich sehe die die ganze Zeit ich weiß du siehst sie wahrscheinlich eher in irgendwas Weiß-Grün ich sehe sie halt in einem in einem Weiß-Schwarzen Deck irgendwie wo du dann zumindest so ein Semi Sack-Outlet umgehen kannst bin ich voll bei dir das hat ja auch ein Kalt-Time-Artwork und die Valkyren in den Kalt-Times sind ja auch Schwarz-Weiß also ich finde das so vor allem weißt du dieses okay plus 1 plus 1 aber es kommt mit Fliegen zurück finde ich wahnsinnig cool weil du kannst halt fette Kreaturen oder sowas die auf dem Boden schon eine Gefahr sind dann noch in die Luft erheben ich keine Ahnung ich bin eh so ein bisschen so ein Enchantment-Fan weil es halt so passive Effekte sind ich würde hoffen dass man mir das nicht entfernt weil ich fand das total cool und würde es halt auf dem Feld liegen haben ich verstehe aber dass das durchaus ein Problem sein könnte vor allem wenn du dann Arsch bist und dann irgendwie vielleicht in der gleichen Runde noch ein Boardwipe zünden kannst wenn du unendlich viel Mana offen hast oder was auch immer ja bekomme ein Spiel von mir ich finde es also ich lese mir die Karte durch und da ist so viel weird in dem Text zum Beispiel wenn er war Non-Token ja ein Non-Token kommt natürlich nicht zurück weil es ist ein Friedhof es ist keine Karte ja und es spielt wie sie dir als eine Karte das ist schon mal eine Redundanz die drin ist in dem Text dann würdest du die Karte zurückbringen mit einem 1-1 Counterpunkt außerdem ist das Flying und ist ein Angel in addition zu jetzt Other Types ist es wahrscheinlich damit damit das auch garantiert ist wenn du den Klon zurückholst ich weiß nicht wie das Layering funktioniert wenn du dann damit was klonst weil du bringst das ja zurück mit einer 1-1 Marke und dann kommt erst der andere Effekt ich schätze mal das ist der Grund weswegen das Typing so ist dass er immer noch in den Angel ist und nicht einfach mit Clown Spells und Insect Outlet Infinite geht weswegen ich denke dass es so gewordet ist ähm dann aber vor allem ist es kein Flying Counter oder sowas damit du nicht mit so Limnett und so was machen kannst aber es ist auch eine enge Karte die nicht den Engel Decks kann weil das ist das eine was er nicht wiederbelebt so aber gleichzeitig ist es so ein Artwork was wahrscheinlich die ganzen Engel Fans anfixt und es ist so ist es da ist so viel an der Karte was ich einfach irgendwie nicht schlecht oder designtechnisch weird finde es ist einfach nur so viele Sachen wo ich mir hinterfrag so ich weiß nicht was soll ich da geben ich könnte ihr jetzt einfach ein Spiel geben weil ja der Effekt ist fein und so wie auch aber ich sehe mich realistisch das Ding nicht spielen weil für Flavor Gründe ist es genau außerhalb von allen Decks wo ich den Flavor haben möchte ich gebe es einfach ein Exil weil es ist einfach zu viel weird an der Karte was bei mir nicht Klick macht ich weiß wo ich die reinpacke ich packe die in mein Daskaner Ritter Deck rein weil das sind ja nur Ritter neben Daskaner drin die Ritter vom Bärenorden logischerweise sind ja drei Dreier ja ja natürlich sind alles alles sind drei Dreier in dem in dem Ritter Deck aber ich werde dann packe ich dann noch Basri's Lieutenant dazu denn dann kann ich erstmal alle meine Ritter wiederbeleben und zu Engeln machen und wenn ich danach Basri's Lieutenant habe und die mit dem Plus 1 Plus 1 Countant sterben kriege ich wieder für jede Kreatur einen Ritter zurück das heißt das ist die ewige Ritter Recyclerei also nicht ewig weil es Tokens sind aber ich kann quasi meine meine Ritterarmee die haben so dann so abschnallbare Flügel ja wer macht von euch weiter ich wollte sagen Freddy dein letzter ich bin auch da und zwar ist es einfach mit einer der dümmsten Karten aus dem Set die Homunculus Horde 4 Mana 3 und blau für einen 2-2 Homunculus oder ist es ein 2-2 Homunculus denn immer wenn du deine zweite Karte in einer Runde ziehst oder während jeder Runde ziehst dann darfst du einen Token machen der eine Token Kopie von dieser Kreatur ist das heißt du machst beim ersten Mal wo du zwei Karten ziehst zum Beispiel du hast eine Homunculus Horde und spielst eine Kiora oder ein Steam Vents oder Steam Vents Weird glaube ich der auch zwei zieht oder ein Champion of the Wits spielt all diese Karten macht ihr jedes Mal einen weiteren Homunculus aber ihr macht nicht nur einen Homunculus ihr macht dann auch von der Token Kopie einen Token ihr geht von 2 auf 4 auf 8 auf 16 auf 32 auf 64 auf 128 und dann sind wir in der 2 Hochfunktion ähm ja die Homunculus Horde ist super lustig finde ich einfach genau aus dem Grund von ja was macht die Karte ist nur für Beatdown sie hat Synergie mit den Card Draws aber was sie tatsächlich macht ist sie gibt aufs Maul das ist so ein Win Con für so eine Draw Engine und der Flavortext ist außerdem auch sehr lustig und das ist einfach that is why you triple check all decimals when commissioning a new batch of Homunculi weil das ist halt das passiert halt bei vielen so da hat sich hier auf Raphaelica verschrieben ja ich hätte gerne 10 Homunculus und er hat aber das 10er Pack 10 mal bestellt und dann auf einmal 100 Homunculi vorst ja es ist so fantastisch es ist so eine schöne Karte wenn ihr zu dieser Folge gekommen seid seid ihr über das Thumbnail gekommen wo die auch drauf ist weil die auch dieses fantastische Dorf der verdammten Artwork haben wo dich die ganzen leuchtenden Augen von den Homunculi anschauen ich finde die witzig als Karte dafür hätte ich schon ein Spiel gekriegt die ist sehr blau in allem was sie macht die macht die klont sich und du musst Karten ziehen also es ist schon mal cool es sind gleichzeitig nicht riesige Viecher sondern halt so kleine 2-2 Leutchen und aber ich muss auch ehrlich sagen ich glaube ich würde fast jedem Homunculus allein ein Spiel geben wegen des Wortes weil wann hat die Menschheit ein ähnlich gutes Wort wie das Wort Homunculus hervorgebracht das ist fantastisch natürlich ist es witzig weil wir wissen was ein Homunculus ist aber irgendwie sobald jemand das Wort sagt stellst du dir auch mit nur so einem fitzlichen kulturellen Wissen stellst du dir die absurd blödeste Kreatur vor die es gibt und das ist ein fantastischer Homunculus übrigens Funfact die werden auf sehr eklige Weise hergestellt wenn man sich so alte Alchemie Bücher anschaut da wird einem ein bisschen schlecht müsst ihr euch nicht unbedingt durchlesen ich beschreibe es jetzt auch nicht näher aber moderne Homunculi sind lustiger und irgendwie niedlich und einfach cool Homunculus ist mein Wort des Jahres von meiner Geburt bis immer ja wenn ihr einen richtig cuten Homunculus sehen wollt dann schaut euch Fullmetal Alchemist Brotherhood an die bekommt auch ein hartes Spiel von mir ich war wie gesagt bei Jakob bei Manuel im Zug bei einem Podcast wo wir über Top 5 Karten geredet haben schaut auf jeden Fall bei dem auch vorbei die Folge ist nämlich auch cool und es war auch eine meiner Picks und zwar Jakob hat da noch eine sehr coole Ergänzung gemacht und zwar ihr könnt auch euren Homunculus mutieren lassen und dann die mutierte Homunculus kopie kopieren zum Beispiel mit dem Meeresflitzer Oktopus für ein beliebiges zwei blaue Manner der Aufblitzen hat und immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt ziehe eine Karte das heißt die befeuert sich ein bisschen selbst bekommt immer mehr Card Draw und immer mehr Card Draw und ich stelle mir immer den Homunculus vor der auf der Karte drauf ist mit den acht Tentakeln wie er über den Boden slithert in seiner mutierten Form ich finde das sehr ansprechend ich liebe die Karte ich habe die Karte gesehen und das war die aller erste Karte die ich mir aus dem Set rausgesucht habe wo ich gesagt ich möchte die 100% unbedingt auf jeden Fall haben weil ich sie großartig finde ich glaube es ist auch meine absolut liebste Karte aus dem Set und vor allem wenn sie spawnen dann kannst du denen auch schöne Namen geben das ist Jenny das ist Jeff das ist Dave es gibt eigentlich nur gute Plays mit Homunculus Horden fantastisches Gerät ja Marius du darfst einen Abschluss machen und ich glaube wir tauchen jetzt ein nachdem wir in den ich würde sagen Homunculus ist schon so gehobene Unterschicht auf Raffnicker aber du willst ja jetzt hoch auf die Champagner Partys wenn ich es richtig gesehen habe ich will euch den High Society Hunter oder die High Society Hunter näher bringen für drei beliebige Mana und zwei schwarz bekommt ihr eine 5-3 Vampire Noble Kreatur die hat fliegend und wenn immer diese Kreatur attackiert da darfst du eine andere Kreatur Sacrificen und wenn du das tust darfst du einen Plus 1 Plus 1 Counter auf diese Kreatur machen alle 5 Mana Kreaturen 5-3 fliegend die immer größer wird wenn sie angreift und man was sacrifist schon mal gar nicht mies der wirklich interessante Satz in dem Ding ist aber whenever another non-token creature dies draw a card und zwar nicht you control sondern irgendeine Kreatur also jedes Mal wenn ein non-token creature stirbt ziehst du eine Karte ich finde die Karte ziemlich geil nicht nur im Vampir Deck sondern ich glaube das ist halt einfach du absolut grundsolider card draw in jedem schwarzen Deck irgendwie drin du hast dazu noch einen Flieger der immer größer wird du befeuerst dich quasi du hast so eine kleine Engine in dir selbst wenn du non-token creatures zum Sacrificen hast dass du Karten ziehen kannst ich richtig gut ich glaube die kommt mit ganz vielen Flashback Marauders die unter ihr her weitschen und deswegen kriegt sie auch ein Exil von mir weil das sind immer solche Vampire haben immer so ein ekelhaftes Gesindel unter sich rumlaufen mit jeder opfert eine Kreatur dann opferst du die weg dann opfert nochmal jeder eine Kreatur ich verstehe dass diese Decks stark sind heißt es sei die Hunter wird auch eine Karte sein auf die man aufpassen muss die kann einen wahrscheinlich relativ schnell weg finishen wenn man nicht aufpasst ich mag nur nicht dagegen zu spielen deswegen kriegt sie in Exil sie ist allerdings rein mechanisch betrachtet wäre sie ein Spiel weil das ist eine gute Karte aber sie nervt mich halt ich finde die Karte einfach strunz langweilig ja es ist so ok sie sind 5-3 Flyer der größer wird und dann ziehst du jedes Mal Karte und ich finde das so langweilig weil das Gameplay darunter wird halt einfach sein dass nichts passieren wird und das ist ja genau die Sache von du wirst die Karte spielen du hast so viele Gedanken und dann passiert das und dann passiert das die Leute werden einfach haut auch jetzt gerade sein ganzes Zeug aufs Bord demnächst Jahr aber wir beantworten davon jetzt nichts weil der liegt draußen die Karte wird liegen und es wird nichts passieren oder du bist die einzige Person es sei denn man selbst zündeten Bord genau genau es sei denn du bist selbst der 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 dann proaktiv Sachen macht aber es ist ein 5-drop der dann erst mal muss eine Runde liegen dann brauchst einen Toxic Deluge der alles killt erst mal genau die Karte damit du dann den Payoff hast was heißt du hast eigentlich gar nicht so viel mit der Kreatur selbst gemacht und ich glaube die Karte wird einfach zu Standstills führen genauso wie ein Butcher of Malakir die Karte wird einfach dazu führen dass nichts passiert der Butcher of Malakir über den möchte ich nicht reden aber Freddy hat recht Jochen durcharbeitet heute das habe ich längst das wissen alle das habe ich längst verarbeitet ich habe reinen ich habe reinen lodernden Hass für den Butcher auf Malakir übrig das ist auch da bin ich muss ich nicht mehr durch etliche Steps gehen ich habe für mich bin ich an dem Punkt angekommen wo der für mich nicht mehr rettbar verloren ist der Kack Waffe die Leute werden nicht mehr angreifen weil sie wollen nicht traden sie werden kein Removal mehr untereinander spielen bis das Teil weg ist die Karte wird spielen und das Spiel wird schlechter und dann kann ich ihr bloß ein Exil geben ich glaube für mich hat es ein bisschen so den Vibe dass die Karte die wäre vielleicht auch in einem Precon drin gewesen als neue Karte und genau das wäre dann was Freddy gesagt hat wäre dann die Lektionen draußen gewesen wenn die Leute erst mal super viel Removal immer drin haben aber dass man dann sagt okay dann benutze ich jetzt lieber gar nichts mehr absolut gar nichts bis du mich direkt angreifst und ja das ist sind so im Bäuschen sie ja nicht nur die erzeugen nicht nur Stillstand die verschlechtern ja auch das Threat Assessment von Leuten also wenn du nicht drauf reagierst hast du halt schon schlechtes Threat Assessment wenn du gar nicht drauf reagierst egal was passiert aber es unterstützt Leute die kein gutes Threat naja dann warte ich mal bis es wirklich nur zu mir kommt und das endet dann wahrscheinlich so ein bisschen zu Kingmaker Scheiß naja aber es sind auch nur die schlechtesten also das ist jetzt wirklich vom schlechtesten ausgegangen ich glaube wenn man ihn gut spielt nervt er halt ein bisschen rum und dann baller ich ihn dir weg ja alright ja Kinders ich wollte noch kurz also wir haben zwar schon wieder weil wir sind immer in epischer länge aber ey eineinhalb stunden hier das ist absolut zwei stunden unter dem was wir normalerweise sind aber wie würdet ihr das set einschätzen also ich hab ja vorhin schon gesagt für mich ist es tatsächlich eins also für mich als commander spieler aus dem ich mir singles hole da muss ich halt schauen wie sie die preise entwickeln weil gerade bei den jumpstart sachen glaube ich die gehen schon wieder brutal nach oben von den legendaries muss ich halt mal gucken aber das ist jetzt glaube ich wenn ich nicht so wie freddy gesagt hätte das mit dem jumpstart cube wenn ich das nicht machen will dann ist foundations für mich jetzt als jemand der auch schon karten hat und nicht alles reprinted immer braucht ist es für mich so ein ding ja ok ich kaufe mir singles und es schön dass es da ist aber meine also ich bin jetzt nicht über die maßen super aufgeregt auf den release ich finde es voll geil also ich habe mich schwer getan ich habe zwischendrin vier spiele gehabt und nur ein exil und dann habe ich einfach einen loot reingepackt weil der so langweilig ist in meiner Meinung dass ich gesagt weißt was der ist halt doch ein bisschen besser als mein vier spiel das hab mich schon ein bisschen so excited also quasi auch von wahrscheinlich was das limited format sein wird ich habe natürlich bock darauf zu spielen ich finde sehr viele interessante alte sachen da drin und so kleine twists auf alte sachen die ich mit denen ich rumspielen will vor allem kyoda und ja für mich ist es ein set für mich das mag ich sehr gern ja das ist halt mir gefällt halt magic flavor immer besser als den scheiß den wir dieses jahr hatten mit stensen und was auch immer mit den magic magic with hats und boots ja und taschendam auf jeden Fall das ist halt einfach eine magic flavored set es hittet für mich die reprints das hittet für mich eigentlich alles ich mag das Jumpstart so ich kauft euch das Jumpstart aber jetzt nicht gleich weil das wird geprintet wie die hölle das set soll fünf jahre lang funktionieren da gehen die preise runter das ist jetzt äh leute hier sehen halt das Zeug was in Jumpstart drin ist wie eben den Minotaurern von äh und so gehypt und wollen das Zeug sofort haben aber realistisch gesehen das wer jetzt diese preise ausgibt ist so ein bisschen es ist halt kurzsichtig ja also ich finde ich ich hatte ursprünglich vor das Set so ein bisschen zu skippen weil es war ja kein Commander Set es gibt keine Precons ähm äh ich glaube ich habe so einen richtigen Full 180 Turn gemacht nachdem die also mehr Spoiler rausgekommen sind weil die ersten Spoiler waren schon auch krass und die haben mir auch gut gefallen aber ich war so natürlich hauen sie jetzt das ganze interessante Zeug irgendwie raus aber nee ich habe mir wirklich wirklich schwer getan ähm quasi nur wie Freddy vorhin gesagt hat überhaupt Exile zu finden ich habe so viele Karten die mir aus dem Set gefallen dass es mir wirklich schwer gefallen ist Exile zu finden und ja ich freue mich tatsächlich sehr krass auf Jumpstart das ist ein Format was ich einfach ausprobieren möchte diese du mischst zwei Decks zwei Booster zusammen und hast ein Deck mit dem du spielen kannst und da sind auch teilweise richtig krasse Karten drin ich habe mir ein bisschen was vorbestellt ich habe sogar auch diese wie heißt es Starter Collection glaube ich wo du diese 350 Karten drin bekommst wo es mittlerweile bekannt ist was es ist und das sind auch für Commander gute Basics drin wo ich immer struggle im Moment die habe ich nicht und ich müsste sie nachbestellen und die bekommst ich habe 40 Euro abgegriffen bei Games Island und da war ich so ja das ist gut und ich habe dazu noch ein Bundle bestellt und wahrscheinlich werde ich mir tatsächlich glaube ich für die Arbeit im Büro weil ich da mittlerweile zwei meine Kollegen angefixt habe die auch Magic spielen wo ich einfach ein Jumpstart Booster hinstellen werde und einfach Mittag sagen werde habt ihr Bock zu spielen und jeder schaffelt zwei Dinger zusammen und wir zocken das ist ich habe richtig Bock auf das Set ich finde das richtig schön und wie gesagt ich glaube das ist halt so das erste ich meine ich habe Ravnica Remastered mitbekommen aber ich glaube abgesehen davon ist es halt das erste richtige Magic Magic Set was ich so mitbekommen habe obwohl Ixalan war ja eigentlich auch aber ihr wisst was ich meine es ist schon noch mal was anderes finde ich es ist also die Karten die ich mir alle Karten nicht bisher gesehen habe und das finde ich interessant weil sie wie ihr sagt so das ist halt unser Magic wieder und es gefällt mir gut das heißt ich ja gefällt mir top finde ich cool ja also ihr habt jetzt bis 2029 Zeit um euch Gedanken über unsere Picks zu machen natürlich schreibt in die Kommentare was ihr so ausgesucht hättet wo eure Spiele oder Exide liegen Freddy hat dazu könnt ihr immer dem Link folgen zu unserem Discord da gibt es dann auch alles was ihr rund um die Boxing Liga wissen müsst und wir hatten es ja gerade schon wenn Marius sich da für die Arbeit sein Jumpstart Display kauft dann wird er sie vermutlich auch einsleeven mit Ultimate Guard Sleeves selbstverständlich wie zum Beispiel den fantastischen Cortex Sleeves und natürlich wird auch auf Playmates gespielt von Ultimate Guard und dann sind die alle sicher verstaut und auch da wir versorgen euch mit allem was nötig ist mit Pigs und Boxing Liga und einem Link zu Ultimate Guard wo ihr uns ein klein bisschen helfen könnt wenn ihr über den einkauft ich hatte richtig viel Spaß es ging mir ähnlich wie euch es ist mir schwerer gefallen Exile heute zu finden als Spiele ich bin trotzdem so okay bis 2029 kann ich mir davon alles einmal kaufen mit Geduld aber ja das heißt auch dass wir ich bin gespannt wir sollten eigentlich jedes Jahr mal reinschauen bis es zu Ende ist in diese Folge und gucken ob sich das bewahrheitet hat was wir gesagt haben das hat ja quasi eine noch längere Halbwertszeit als alles andere ja also nur für Leute die es wissen wollen mein vierter Pick wäre für Spiel wäre Micromancer gewesen weil es wird ein schöner Reprint eine Karte die super underrated ist aber ich glaube auch wenn wir normalerweise jetzt zum Ende kommen würden frage ich trotzdem nochmal in die Runde weil es gab ja doch ein paar Neuigkeiten mit Foundations und das Wochenende ob wir und es wird zu keiner eigenen Folge kommen deswegen frage ich jetzt einfach mal an die Runde was haltet ihr davon dass wir nächstes Jahr drei Universes Beyond und drei Magic Sets bekommen also es ist ein direkter 50-50 Split kommt immer so ein bisschen auf Universes Beyond an aber eigentlich habe ich lieber Magic Sets also mir geht es da ähnlich ich bin ja derjenige unter euch der quasi durch Universes Beyond dabei geblieben ist Kale GZ reingestiegen aber was mich dabei gehalten hat war die Herr der Ringe Decks deswegen bin ich Universes Beyond gegenüber glaube ich nicht ganz so nicht negativ eingestellt aber halt halt doch recht positiv auch wenn ich jetzt der Secret Layer Drop der gerade im Moment stattfindet während wir diesen Podcast aufnehmen für Marvel absolut uninteressant finde weil ich halt kein Marvel Mensch bin und nächstes Jahr ein ganzes Spider-Man Set kommt bin ich immer so auf der anderen Seite sehe ich dann halt es kommt auch Final Fantasy und dann bin ich halt immer auch Hype drauf deswegen fällt es mir immer schwer da groß zu sagen so ich finde das doof oder sowas weil wenn es die richtigen Sachen sind freue ich mich drüber ja ich glaube ich glaube dass gerade halt so ein bisschen bisschen viel negatives ding drin ist Leute viel negatives reden weil ich kann das verstehen für Leute die halt lange dabei sind und halt Magic gespielt haben und sagen oh jetzt kommt immer mehr Universes Beyond und es kommt immer mehr und das ist ein Standard auch dass zu 50% aus Universes Beyond besteht und dass sie auch legal sind ich verstehe das und ich finde nicht dass eure die Gefühle der Personen die so denken nicht valide sind absolut auf der anderen Seite habe ich jetzt halt schon wieder Leute die mitbekommen haben oh Marvel Universe oder Spider-Man Universe Beyond kommt kannst du mir mein Magic beibringen und das wird etwas sein wo ich sage ich habe viel lieber Leute die in das Hobby reinkommen aus meinem Freundeskreis wo nicht mehr viel übrig sind die sind alle mittlerweile angesteckt wo ich so viel mehr Freude daran habe dass die dann vielleicht damit mit mir zusammen spielen können als dass es mich stören könnte wenn ihr wisst was ich meine ich finde das Timing kacke weil wir bekommen nächstes also es wurde ja Eldraine was wir wussten wird ja für den Universe Beyond zurückgestellt also quasi der Release wird ja verzögert von den Magic Set für ein weiteres unannounced Universe Beyond Ding außerdem war halt die Implikation von ja okay dann gibt es halt mal ein Standard Set mit Universe Beyond würde mich auch nicht stören aber dass es dann gleich drei auf einmal sind und ein beliebter Plane einer der geliebtesten Planes von vielen dafür zurückgeschoben wird wird auf den sich so viele Leute freuen würden dass sie den haben für ein weiteres Universes Beyond äh und das ist und zusätzlich dass es heißt es gibt nächstes Jahr alle zwei Monate ein neues Standard Set seid ihr verrückt oder oder Produkt oder das Under Performer weil die Leute einfach nicht genug Geld mehr haben dafür das Zeug auszugeben deswegen frage ich mich manchmal so wie viel Geld und wie viel Revenue das eigentlich realistisch tatsächlich erzeugt für die für die Entscheidungen deswegen holst du ja immer neue Leute ran du machst ersten Universes Beyond zu Spider-Man und das ist ja nicht die gleiche Person die das Universes Beyond zu Age of Sigma zum Beispiel kaufen wird oder zu Final Fantasy es kann sein dass die gleiche Person ist aber hast auch nicht das Problem dass sie nicht mehr Geld hat für das nächste für den nächsten konsekutiven Einkauf weil das eine andere Person ist also das Geld ist quasi immer so du hast halt 95 neue Claims die ganze Zeit wo die Goldman relativ schnell austrocknen es wird immer ein paar Leute geben die dabei bleiben aber ist ja auch egal weil die Leute kommen geben dir ihr Geld und dann ist es ja erstmal wurscht wo die hingehen ich glaube dass da halt so dieses Ding ist ich meine Herr der Ringe war nicht das Erste aber ich würde mal sagen das was es für die Massen die Gates geöffnet hat war wahrscheinlich Herr der Ringe weil da war ein komplettes Set drum da war so dieses Ding und sowas ich würde mal annehmen wenn Hasbro was gut kann dann ist es versuchen Geld zu bekommen ich glaube wenn sie sehen würden dass etwas nicht performen würde würden sie es wahrscheinlich nicht machen ich glaube so gut kennen wir Hasbro mittlerweile dass wir wissen dass die wenn sie eins haben wollen dann ist es Geld und wenn etwas weniger Geld bringt dann machen wir es nicht deswegen würde ich mal davon ausgehen dass wahrscheinlich sich das verkauft wie blöd wenn ich mir anschaue wie heute meine Instagram Storys waren voll mit unseren ganzen Leute hier bei den Secret Layers bei den ganzen Storys ich glaube ich habe 50 Storys durchgeklickt wo Leute bloß gepostet haben dass sie gerade in der Secret Layer Schleife drin sind das ist insane das habe ich bisher zu keinen Secret Layer Drop irgendwie so mitbekommen ich glaube das mit Marvel wird jetzt richtig richtig fett und ich glaube das wissen sie und ich glaube auch dass Final Fantasy ein Franchise ist wo sie genau wissen da kommt richtig Money rein und ich glaube auch dass das letzte Universes Beyond was sie dieses Jahr noch ankündigen oder was sie nächstes Jahr dann rausbringen wollen was ja noch unangekündigt ist wahrscheinlich auch ein richtiger Banger wird ich hoffe nicht dass es dann gleich mit Marvel weitergeht ich hoffe auf sowas wie Elden Ring oder so ein Ding aber ich glaube dass wir wahrscheinlich erst einen Zurückgang sehen wenn Leute wirklich aufhören das Zeug zu kaufen das ist so ein bisschen meine Angst dahinter weil solange sie es verkauft warum sollten sie aufhören ich glaube also das ist halt das Interessante mit den Sales Data weil ich würde gerne wissen wie viel wie viel tatsächliche Sales einfach durch die IP durch die Größe durch den Boom selbst ist und wie viel tatsächlich durch weil man sieht ja jetzt eigentlich Foundations und wie viele Leute da da eben das Zeug das ist nämlich auch ausverkauft und so das ist ja nicht so als wer jetzt hat unbedingt dadurch dass eben Herr der Ringe oder so Foundations wird mit dem gleichen Ding von der Magic Community selbst gerade gehandelt wie das Zeug den Laden verlässt im Vorverkauf bereits und in die Druckerpresse wird das Zeug wird das Zeug ja jetzt schon vorbestellt und ausverkauft wie verrückt von den ganzen supplementären Produkten und alles und das ist genauso wie ein starkes und deswegen würde es mich halt wundern ob da nicht zu viel Wert auf Universes Beyond gelegt wird als Sales Generator weil das weil du sagst Hasbro aber Hasbro ist gerade sehr schlecht gemanagt was die mit ihrer Transformers IP machen ist schrecklich die releasen den Film der ein Millionen Dollar Budget hatte oder ein paar Millionen Dollar Budget äh paar sag ich 100 Millionen Dollar Budget oder so und machen in nur drei Ländern Werbung dafür wie gesagt und wenn das nichts einbringt wenn das das nicht einbringt dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht mehr machen so funktionieren die so war es ja mit denen die auch die haben das gemacht was funktioniert hat und haben das dann nicht mehr gemacht was nicht mehr funktioniert hat aber dann breche ich es ab und ich schreibe es ab und veröffentlich es nicht so wie Concord was jetzt statt einer 400 Millionen Dollar Abschreibung eine 400 fucking Millionen Dollar Disaster ist den sie dann immer abschreiben können uns fehlen halt letztlich dafür die genauen Zahlen äh ich bin so 50-50 also ja Hasbro macht Dinge die Geld bringen deswegen kann man erstmal sagen okay bringt wahrscheinlich Geld aber muss auch dazu sagen Hasbro ist da bin ich bei Freddy nicht besonders klug im Managen von seinen vielen IPs die es so hat äh und ich glaube Hasbro ist für Wizards nicht der beste Overlord denn im Zweifelsfall sagt Hasbro wir bringen es aus bis es kaputt ist und dann verkaufen wir es weiter an irgendwen anders das ist meine Angst ja das ist das kann tatsächlich das ist glaube ich das Realistischste was passieren kann dass Hasbro sagt okay ballert mit Dungeons & Dragons und Magic raus was ihr könnt und danach äh werdet ihr wie wie rotglühender Schrott einfach aus dem Fenster geworfen aber gut das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen da fehlen uns tatsächlich einfach so da fehlen halt wirklich Insights ja klar ich fände es einfach nur eine interessante auf meinen Denkanstoß weil ich finde es halt krass wie er sich jetzt Foundations halt also quasi der hat einen des überlebten größeren Hype als die meisten New vs. Beyonds die ich jetzt bis jetzt gesehen habe oder eigentlich mehr als Fallout mehr als Warhammer bloß Herr der Ringe hat als IP glaube ich mehr Hype erfahren wie jetzt Foundations ja ich also ich finde auch und auch die basically alle anderen Magic Sets dieses Jahr also das ist Leute reden über Foundations so unfassbar positiv und die freuen sich so sehr wo zu allem anderen Set ich sehr viel Negatives gehört habe ist bei Foundations mittlerweile echt so ja das wird voll geil ich bin gespannt das war jetzt nochmal eine Podcast Folge in der Haft hier am Ende wir sind doch bei zwei Stunden fast du machst dir selbst nur mehr Arbeit Freddy das stimmt du bist die Einzige was du dir darunter leiden wird aber es macht natürlich auch immer Spaß wir werden ja sowieso noch eine Folge haben zu hier Jahresrückblick und Jahresausblick das heißt da können wir auch nochmal drüber sprechen über so ein bisschen was zumindest davon aber das machen wir dann irgendwann anders um jetzt nicht noch die zwei Stunden Marke zu reißen adios macht's gut servus bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal